Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, wär ich heute Millionär. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Donnerstagabend, 21 Uhr. Herzlich willkommen zu den Hero Nerds. Hier ist Nerdizismus, eure Podcast-Show von Nerds für Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer und endlich wieder auch mal. War schon lange, ich habe in den letzten paar Folgen ja doch ein bisschen alleine gemacht. Außer unserer spontanen Folge hier bei der Fettkont, der Michael, hallo. Hallihallo. Michael, wir sind auch wirklich problematisch, wir zwei. Weißt du das? Christoph und Michael, mein Name griechisch, deiner Hebräisch. Ich Kurpfälzer, du Niedersachse. Das ist eigentlich schon kulturelle Aneignung. Dann noch unsere Nachnamen. Meiner leitet sich vom Weidmann ab, also vom Jäger. Ich bin also de facto Tierquäler. Bei Schlinge will ich ja gar nicht wissen, was da mal war. Wahrscheinlich irgendwie ein Henker oder sowas. Also unsere Familiennamen verhöhnen schon Millionen von Lebewesen. Dann geht es mit unserem Geschlecht weiter. Mann, das ist eigentlich schon fast unentschuldbar. Dann auch noch heterosexuell. Weiß, bürgerliche Herkunft und Fleischesser. Michael, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen, sind wir eigentlich schon verkommene Subjekte. Und dann machen wir noch den Mund auf und dann geht es völlig ab. Ei, 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 ei. Es ist wieder explodiert, die Kommentarspart. Was soll ich sagen? Und wir haben, ich habe, es ist gar nichts passiert. Also ich habe gar nichts gesagt. Ja, was sollen wir sagen? Ich habe mir aber, ja? Dazu habe ich ja eben gerade schon angefangen, als mich noch keiner gehört hat. Sie hören eine Information. Du präsentierst ja gerne Nerdizismus und das ist dein vollkommenes Recht. Als deine Meinung auf unseren Social Media Kanälen. Also sagen wir mal, kommt eine Eternals-Kritik von dir alleine, weil ich es nicht geschafft habe, in die PV mit reinzukommen, sind die Nerdizisten nicht von Eternals überzeugt, so in der Richtung. Möchte ich zumindestens hier in unseren Folgen teilweise dagegen sprechen, weil es gibt schon ganz schön viele Ecken, wo wir anderer Meinung sind, von daher. Ja, ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, was du zu dem Film ja zu sagen hast. Wir haben aber noch ein bisschen, bevor wir darauf eingehen und dann auch auf die Facebook-Kommentare und bla, haben wir noch ein bisschen Hausnachrichten, Hausmitteilungen. Wir haben ein paar Reviews gekriegt, ein paar WhatsApps etc. pp., ein paar E-Mails und da wollte ich ein paar einfach mal ein bisschen von rausgreifen. Ja, auch eine, aber die ist thematisch nicht für hier. Ah, okay. Die hörst du noch, ja? Jetzt hast du schon, hab ich schon, hab ich schon ein bisschen verraten, aber die kommt dann beim nächsten Mal. Da schreibt zum Beispiel eine, haben wir auf Podcast-Edit, da kann man auch immer kommentieren, da schreibt der Dinox36, mein Nerd-Faktor ist von 2, ist 2 von 10. Und doch ist dieser Podcast eine nette Sache. Ich habe so viel über den strategischen Aufbau von Filmen gelernt. Speziell die Nischenthemen finde ich super spannend. Als ich nach der offenen Frage mit Tommy Krabweiß meine Idee in den Facebook-Chat teilte, fragte mich Chris, ob er mich beim nächsten Star-Wort-Event zitieren darf und darauf war ich als Nerd-Noob sehr stolz. Verzeih mir, wenn ich gerade nicht mehr weiß, was es war. Ich weiß, dass da was war, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was es war. Schaut in Ihrem Archiv nach, da ist für jeden etwas dabei. Meine nerdige Einstiegsempfehlung. Vielen Dank, lieber Dinox, an dieser Stelle. Dann hatten wir eine Mail, Moment, ich kann mal hier eine WhatsApp noch, genau. Dann war hier noch eine WhatsApp, richtig, genau. Und zwar vom Frank aus dem Norden. Der sagte, ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass ihr mein absoluter Wohlfühl-Podcast seid. Michael, dass uns mal jemand als Wohlfühl-Podcast bezeichnet. Ich fühle mich getätschelt. Dass ich das noch erleben darf. Und das in unserem Alter. Und das in unserem Alter, wie ein Wohlfühl-Podcast. Ich habe gerade eure Bond-Folge gehört und nach so vielen positiven Stimmen habt ihr mal wieder fast eins zu eins meine Meinung wiedergegeben. Auch die Meinung von Mario, der war ja Gast bei uns, zusammen mit Holger, über die Bond-Filme und die Musik von John Barry hat mich sehr gefreut. Auch eure Meinungen zu anderen Filmen und Serien stimmen fast immer mit meiner Meinung überein. Wohlfühl-Bubble. Wir haben auch unsere Wohlfühl-Bubble. Das ist doch schön. Jeder hat heutzutage seine Wohlfühl-Bubble. Ihr seid für mich Wellness für die Ohren. Also, Mensch, Mensch, Frank. So, genug geschleimt. Aber so ist das eben. Viele Grüße an euch und euer Team. Frank aus dem Norden. Ja, packen wir demnächst auf Prost da drauf. Wellness für die Ohren. Ja, das könnten wir in der Tat wirklich machen. Dann muss ich gerade nochmal schauen, was hatten wir genau. Podcast-Addict. Dann kamen heute noch zwei Mails zu Eternals. Da können wir dann gleich noch drüber eingehen. Aber bevor wir über Eternals reden, wollten wir noch ganz kurz auch hier, sag ich mal, etwas bereinigen. Denn wir sind euch noch zwei Folgen What-If schuldig. Zwei waren das? Ja, Folge 8 und Folge 9. Wir haben bei Folge 7 aufgehört. Und dann haben wir uns eine kleine Streaming-Pause genommen. Weil dann war FatCon und die Quiz und die MagicCon und die Quizze waren dieses Mal sehr aufwendig. Und haben wirklich mehr Vorbereitung genommen oder in Anspruch genommen, als wir eigentlich dachten. Und du bist ja dann auch leicht perfektionistisch veranlagt. Und dann kam noch das rein und das rein und das rein und das rein. Und am Ende war es aber eine ziemlich klasse Nummer, würde ich sagen. Sowohl auf der MagicCon als auch auf der FatCon, die beiden Quizze. Wenn ich da war, angeblich sollten sie bald auf YouTube sein. Zwei Wochen später, ne? Zwei Wochen später, ja. Lieber Thorsten, falls du das hörst, wir gucken dich an. Also von daher, ihr habt mir versprochen, dass es kommt. Und da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass er das machen wird. Und trotzdem wollen wir, weil wir heute auch ein Marvel-Cast machen, natürlich noch ein bisschen über die zwei Folgen What-If reden. Nämlich Folge 8 und Folge 9. Und ich sag mal so, es lohnt sich ja durchaus auch dann ein bisschen drüber zu reden. Vielleicht weniger über die eigentliche Handlung dieser zwei Folgen, sondern mehr über die Auswirkungen auf das, was da noch kommen mag. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass Lea heute im Kino ist. Also das ist nicht meine Schande, aber sie hatte uns eine Sprachnachricht geschickt mit ihrer Meinung. Und die wollte ich jetzt gerade runterladen und anhören, beziehungsweise ich wollte sie uns frisch beiden vorspielen. Jetzt ist aber dieser Download-Link abgelaufen. Ah. Ja, also sorry, liebe Lea, tut mir leid. Dann ist deine Meinung heute leider raus, aber du bist ja dann bestimmt bei Hawkeye wieder dabei. Ja, What-If-Folge 8 und 9. Infinity Ultron hat eine Steine und dann gibt's kräftig auf die Mütze. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, diese zwei Folgen sind bei mir nicht sonderlich hängen geblieben. Ich musste sie auch wirklich gerade nochmal quer gucken, um nochmal kurz zu wissen, was da ging. Ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her. Und die Auswirkungen aufs MCU, die werden sicherlich jetzt auch gerade mit dem Wissen von Eternals und den Post-Credit-Scenes von Eternals ja durchaus erheblich oder können erheblich sein. Wissen tun wir gar nichts, aber sie können erheblich sein. Aber die eigentlichen zwei Folgen haben mich eher so underwhelmed irgendwie. Und dich? Ich glaube jetzt mit diesem Abstand auch. Der Abstand ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht machen wir einfach vier Wochen, einen vier Wochen später, die vier Wochen später-Review. So wie es viele auch mit den Smartphones machen, das Pixel 6 vier Wochen später, Marvel Eternals vier Wochen später. Da kann man das sacken lassen und dann kann man sich eine deutlich distanziertere Meinung bilden als so frisch aus dem Kino oder frisch aus dem Gucken. Weil meistens frisch aus dem Gucken ist es bei mir, boah, geil, fand ich gut. Dann überlegt man ein paar Tage, lässt ein paar Tage sacken, ob es bei einem im Gedächtnis bleibt. Und da ist jetzt auch nicht wirklich viel im Gedächtnis geblieben. Es war interessant, ja, es war aber dieses typische, das Universum endet, alles steht auf dem Spiel, Ende. Und ich wünsche mir mehr What-If statt Was-Könnte. Moment, du wünschst dir mehr What-If als Was-Könnte. Genau, also die Serie hat uns jetzt, wenn man so im Gesamten sieht, ja damit geteasert What-If. Was wäre, wenn? Ja, die sind sehr konservativ in dieser Staffel geblieben und haben gesagt, okay, was wäre, wenn jetzt so kleine Sachen geändert worden wären, aber das in eine Richtung verläuft, wie es doch sehr Marvel-MCU-freundlich ist. In den Comics haben wir dann doch viele What-If-Sachen, die so ganz abseits sind. Eher in die Richtung, wie die Torepisode war, die du ja jetzt nicht besonders gut fandest. Aber dieses Abgefahrene, dieses völlig andere, dieses wir bauen eine Welt auf, die ganz, ganz anders sind, ist, das haben wir im Rückblick in diesen Folgen auch nicht wirklich gehabt. Und das ist etwas schade und damit wurde meiner Meinung nach das Potenzial dieser Serie auch ein bisschen verschenkt. Ich kann es verstehen, wir haben hier immer noch Mainstream-Viewer für einen Zeichentrick, der auch an alle sonstigen MCU-Fans rankommen soll. Aber solange, dann wird es doch mal Zeit, ein bisschen zu experimentieren. Das heißt also, weniger einfach nur Charaktere vertauschen und gucken, was machen die in einem anderen Setting, sondern wirklich grundlegend Dinge anders machen. Ja, ja. Was wäre, wenn es die Infinity-Sons nie gegeben hätte? Was wäre dann gewesen? Was, äh, aber, ja. Also auch dieses Marvel-Zombies, die, diese zerstörte Welt. Der Comic ist durchaus weitergegangen und hat dann auch die Zombies, den Zombies noch Gedanken eingeflößt. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen. Aber ein bisschen mehr Wagnis. Das war etwas soft, was okay war, um vielleicht in diese Serie einzuführen. Meiner Meinung nach hatte diese jetzt auch nicht unbedingt die Auswirkungen aufs restliche MCU. Ja, wir haben Watcher gesehen. Ja, wir haben verschiedene Universen, Multiversen gesehen. Und durchaus gesehen, dass es auch anders sein kann. Ähm, aber jetzt einen großen Impact darauf, was das für unsere Hauptstory hat, zu tun, aus wie es sich auswirken wird, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gespürt. Ja, das ist ein bisschen so auf so einer Meta-Ebene, was da noch sein könnte. Viele Dinge, die man rein interpretieren kann. Was mir aufgefallen ist, ist, dass, also, eine Sache fand ich gut und gleichzeitig schade. Denn ich bin ja auch nicht so der Comic-Leser. Manches, ja, aber auch nur so überfliegen. Und, um echt zu sein, diese ganze Ultron-Geschichte aus den Comics, die kannte ich nicht. Ich wusste, dass die Fans und auch ich von Age of Ultron relativ enttäuscht waren, weil er als Bösewicht einfach doch sehr schwach war und am Ende ja nur als Vehikel für Vision herhalten musste. So, das war so die Krücke, um halt ein Vision hinzukriegen. Und nachdem ich mich aber dann irgendwie vor ein paar Monaten mal mit den Age of Ultron-Comics beschäftigt habe, habe ich halt festgestellt, dass der jetzt dieser Version hier deutlich näher kommt. Und das ist ja dann ehrlich gesagt ein richtig ernstzunehmender Bösewicht, der ja auch mal eine Bedrohung darstellt, ja. Der so allmächtig im Grunde genommen wird, allein durch diese Thanos-Szene, die war schon ganz gut, ne. Ja, das war gut. Wird ihm ja sozusagen schon langweilig vor lauter Supermacht, ja. Und das war eigentlich mal ein interessanter Ansatz, der, wo mich, den fand ich gut. So, auch als er sich dann mit dem Watcher kloppt und so weiter, das fand ich also richtig, richtig gut. Und dann war ich von der Folge 9 insofern ein bisschen enttäuscht, als sah es dann am Ende halt doch wieder nur Bum-Bum-Mutschis-A-Reihe. Und am Ende gewinnt wieder die guten, und dieses halt mal die Multiverse-Avengers, ja. Ja. Am Ende gewinnt ja eigentlich sogar die zwei ohne Superkräfte, nämlich Black Widow und Hawk, die also dann ja diesen Pfeil da in, sogar für Animationen fast sehr, naja, also das war, ja, man kann jetzt wieder drüber streiten, wie viel Realismus in so, also, das war halt für mich so ein, ah, das war so ein, wie soll ich sagen, dieser Move, der war so, ja, ja, ja. Das war halt irgendwie nicht so, hm, hab mich unrund zurückgelassen irgendwie, eher auch unbeteiligt, sagen wir mal unbeteiligt ist das Wort, hab mich unbeteiligt zurückgelassen. Und wo ich dann völlig raus war, war, als mir irgendwie plötzlich auffiel, Moment mal, haben wir in Loki nicht gelernt, dass Infinity Stones aus anderen Dimensionen in anderen Dimensionen nicht funktionieren? Nein, haben wir nicht, das haben wir nicht gelernt. Aha, dann klär mich auf, was haben wir denn gelernt, haben Infinity Stones gelernt, die nicht funktionieren, wenn sie nicht in ihrem Universum sind? Wir haben gelernt, dass die in der TVA keine Bedeutung haben und dass, wenn das Universum von denen zerstört wurde, auch keine Bedeutung hat. Ich glaube, diese zwei Sachen haben wir gelernt, zumindestens in der TVA haben die absolut keine Macht. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, ich meine, ich meine, dass es so wäre, dass die Infinity Stones immer nur in ihrer jeweiligen, in ihrem jeweiligen Universum Macht haben und sonst nirgendwo. So hatte ich's dann. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben schon Macht, solange das Universum besteht. Okay. Zumindestens meine ich, dass ich das irgendwas in der Richtung als Erklärung dafür gehört habe. Das haben die zwar hier nicht direkt erklärt, aber das haben die Fans dann so ein bisschen reininterpretiert, wie es halt bei solchen Sachen immer ist. Okay, man hat sich's wieder schön geredet. Man hat sich's wieder schön geredet. Aber ich rede es mir auch schön, indem ich sage, what if ist auch bewusst gezeichnet, weil das alternative Universen sind, wo das Licht sich so bricht und die so aufgeteilt sind, dass die halt in 2D unterwegs sind oder so animiert. Das Schöne ist ja beim Multiversum dabei, dass andere Multiversen nicht den Gesetzen unserer Physik folgen müssen, andere Universen, sondern die eigenen haben. Und sollte es jemals zusammenkommen, fände ich's schön, wenn dann so eine animierte Black Widow rüberkommt ins reale MCU. Oh nee, Gott, das ist so wie Roger Rabbit. So Roger Rabbit, genau. Boah, nee. Das würde den Multiversum-Charakter doch erst recht ausmachen. Du kannst alles machen, du kannst alles erleben, die Gesetze der Physik sind überall woanders komplett verschieden, sodass wenn die zusammenkommen, wie bei Spider-Verse, wie beim Spider-Verse-Film, ne? Genau, an den musste ich nämlich auch gerade denken, genau, an den Spider-Verse-Film, ja. Ist der denn, mal kurz im Vorgreifen auf Spider-Man irgendwas nach Hause, ist der denn, war das jetzt nur so ein, auch so ein What-If-Ding, so, hä, oder ist das eigentlich MCU-offiziell, oder ist das... Also, das ist ja... Wird es jetzt nachträglich noch reingedüngelt, oder? Nee. Nee. Also, da ist wieder diese rechte Geschichte mit drin. Spider-Man gehört ja rechtlich Sony, auch wenn es Marvel dahinter ist, weil Marvel einfach kurz vorm Bankrott seine ganzen Filmrechte verkauft hat. Ähm, dadurch haben die sich ja gerettet. Und weil Sony immer schön wieder Filme weitermacht, bleiben die Rechte auch bei denen. Die haben vor vielen, vielen Jahren versucht, äh, mit, äh, Andrew Garfield das Ganze als Multiversum aufzubauen, wo auch dann die Sinister Six und alle sowas dazukommen, ähm. Ähm, was sie jetzt auch wieder mit dem, ähm, Tom Holland Spider-Man versuchen, was man ja auch sieht dadurch, dass Venom 2, Spoiler, auch ganz offensichtliche Verbindungen zu diesem MCU hat. Ich, ich war nicht drin, ich hab aber ein bisschen was dazu gelesen und das wird Auswirkungen haben. Allein, ähm, jetzt auch der Möbius oder Morbius, der Film, äh, hat ja auch Figuren aus unserem MCU dabei. Das heißt, alles, was Sony versucht auf seiner Seite, ähm, wird zwangsläufig irgendwie dazukommen und dadurch, dass sie jetzt die Tor zum Multiversum, das Tor zum Multiversum geöffnet haben, äh, widerspricht sich das auch alles nicht. Und die Gerüchteküche ist ja sehr, sehr groß, dass in No Way, äh, nee, No Way Home, genau, in Spider-Man No Way Home einfach alles zusammenkommt und das quasi der reale Spider-Verse-Film wird, wo Tom Holland dann aus dem MCU verschwindet und Marvel selber nur noch mit seinen Sachen rumspielt. Äh, Sony selber nur noch mit seinen Sachen rumspielt. Okay. Bei dem, was man jetzt dann auch hier so ein bisschen hat und auch greifen wir schon wieder ein bisschen vor auf Eternals, die Post-Credit-Scenes sind ja auch, ist ja auch plötzlich Galactus und die Fantastischen Vier wieder theoretisch ein Thema. Genau. Es kann jetzt alles passieren. Es kann alles sein. Alles, alles kann sein. Das ist der Wunsch eines jeden Creators. Ich fand diesen Ansatz eigentlich besser, dass wir es jetzt nicht haben, dass wir eingeschränkt sind und mit dem kreativ sein müssen, was wir haben, weil wir wissen alle, ein Gestalter muss Einschränkungen haben, sonst bringt ja nichts Gutes raus. Da ist in der Tat was dran. Siehe die Hobbit-Filme. Ja, richtig, siehe die Hobbit-Filme. Wir wären auf Heidering gekommen, bestimmt auch nochmal zu sprechen. Ja, was bleibt jetzt von What If? Ich habe hier noch eine Menge Notizen, aber was für Auswirkungen hat es? Also eine zweite Staffel ist ja angekündigt. Es wurde auch gesagt, dass wir in der zweiten Staffel mehr Charakter aus Phase 4 sehen werden. Ja, das war ein No-Go für Staffel 1, die durften noch nicht ein. Ja. Das muss nicht schlecht sein. Wir werden es sehen. Wir haben noch Sola und Killmonger in diesem Taschenuniversum, auf das Doctor Strange, Alternative Doctor Strange, aufpassen muss. Also stellen sich die Fragen, ist das ein Thema für die zweite Staffel, ist das ein Thema für Doctor Strange 2, ist das ein Thema für Spider-Man, wo wir ja Doctor Strange auch kurz sehen? Was wird aus dem Watcher? Gibt es einen Fantastic Four-Film inklusive Galactus? Was kann alles kommen? Du schüttelst jetzt dauernd den Kopf. Also einen Fantastic Four-Film wird es geben. Der wurde ja schon angekündigt. Mehr oder weniger. Also das wird Relevanz werden für Staffel 2. Letztens haben die Marvel-Oberbosse nochmal bestätigt, dass Marvel erstmal einen Schlussstrich unter diese riesen Event-Filme gesetzt hat. Also die werden voll auf die Strategie in der Staffel 4 setzen, dass jeder so in seiner eigenen Ecke rumspringt und vielleicht mal kleine Crossovers gibt. Aber dieses Mega-Event, da dürfen wir sicherlich erstmal in Phase 6 oder so wird irgendwas mal wiederkommen. Ich glaube, damit werden die jetzt erstmal ein paar Jahre rumspielen. Völlig okay. Wie soll mein Endgame jetzt erstmal toppen? Gibt viele Sachen, wie man es toppen kann und Eternals geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Aber die Devise ist erstmal, spielt in eurer Sandbox rum und irgendwann kommen wir mal wieder mit einem Mega-Event. Weil das hatten die ja auch, das ist auch dieses Inflationäre, was den Comics am Ende geschadet hat. In den 70ern oder 80ern haben sie angefangen mit ihren Mega-Crossover-Events, die alle paar Jahre, alle 10 Jahre oder so stattgefunden haben. Auch DC. Und dann sind sie in den 2000ern übergegangen, das alle paar Jahre, alle zwei oder drei Jahre zu machen und dann am Ende jedes Jahr. Und das war einfach zu viel. Das war einfach, man hat jedes Jahr irgendwie so ein Sommer-Event, wo alle zusammenkommen und die nächste größere Bedrohung, das ist wie bei Dragon Ball. Er ist stärker, nein, er ist stärker und am nächsten Mal kommt noch einer, der der über Gott ist und über den Göttern ist, noch der Götter. Brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Ist schon eine gute Strategie, dass wir ein paar neue Helden einführen und die in ihrer eigenen, erstmal etwas bodenständigeren Ecke rumspielen dürfen. Ja, jetzt lässt du mich so ein bisschen sprachlos zurück, weil du so ein bisschen gesagt hast, das, was Eternals hätte sein können, sollen, müssen. Und das irgendwie, ich meine, bei vielen Dingen muss man ja auch sagen, sie kommen halt nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie hätten kommen sollen. Black Widow, Eternals ja auch, ja, und die sind halt Dinge, die eingebettet sind in gewisse Entwicklungen, die anders geplant waren. Manche Sachen funktionieren dann trotzdem noch ganz gut. Wir werden ja in zwei Wochen, werden wir ja über Ghostbusters reden, beziehungsweise meine spoilerfreie Kritik ist da ja schon draußen. Auch beim James Bond hat man sehr lange warten müssen, was, glaube ich, auch ein Teil des Problems war. Über sechs, vier, fünf, sechs Jahre bauen sich halt dann langsam auch Erwartungen auf, die dann irgendwie mal so sind. Sodass jetzt die auf diesem Eternals halt auch eine Menge gelastet hat, weil irgendwie so Black Widow, das war noch so der Nachklapp, so, ja komm, den nehmen wir, der muss jetzt halt noch raus. Der war auch dann so schnell auf Disney Plus, so schnell hast du gar nicht gucken können. Dann kam Shang-Chi, da muss ich ehrlich gesagt sagen, der war ja toll, der war ja wirklich klasse, der hat ja Spaß gemacht, aber der ging, so gefühlt, ging der unter, oder? Wie war denn das in deiner Nerd-Bubble? War da Shang-Chi ein Thema in meiner Null? Ja, ich bin ja so ein bisschen dazu übergegangen, das hilft nicht unbedingt meinem Fachwissen für den Podcast hier, dass ich mich nicht mehr so viel spoilern lasse vorher. Hatte ich letztens schon mal gesagt, ich werde mir jetzt Teaser für Filme ansehen, ja, alles was danach kommt, nicht mehr. Zum Beispiel auch der neueste Ghostbusters Trailer habe ich gehört, der soll alles komplett spoilern. Auf gar keinen Fall gucken, es ist eine Frechheit, das ist wirklich unverschämt, was da alles gezeigt wird. Ja, deshalb habe ich bei vielen Sachen jetzt aufgehört, mich vorher da komplett einzulesen, weil ich auch mal wieder überrascht werden möchte als Zuschauer. Das hat bei Eternals wunderbar funktioniert. Ich fand den richtig gut, wusste auch von Shang-Chi, nee, Entschuldigung, habe ich Internals gerade gesagt, Shang-Chi. Ja, ja. Von Shang-Chi wusste ich eigentlich nichts. Ich habe mal irgendwann nebenbei davon gelesen und habe mich wirklich überraschen lassen und war begeistert, weil, ja, im gewissen Rahmen hat er ein paar diese typischen MCU-Klischees mit so ein bisschen einem Aufbau wiederholt. Aber es war mal eine ganz andere Ecke. Mir haben die Kämpfe gefallen, mir haben die Special Effects gefallen, mir haben die Charaktere gefallen, die sich mal, auch wie ich es gerade schon gesagt habe, mit ihrer eigenen Welt beschäftigt haben. Das große Ganze war egal. Ein paar Titbits, so wie der Hulk-Bösewicht sind noch mit reingekommen oder von Dr. Strange. Ich komme jetzt nicht auf die beiden Namen, aber die hatten ein bisschen was und wir haben unsere Post-Credit-Szenen gehabt, wunderbar. Aber ansonsten war es eine herrlich selbstcontainte Geschichte, wo auch die Leute reingehen konnten, ohne dass die irgendwas davon wissen mussten. Und das hat gezogen und alle, die den bisher gesehen haben, mit denen ich gesprochen habe und ich auch, denen hat er gefallen. Und für mich war es der beste Solo-Film des MCUs seit Thor Ragnarok. Da hatte ich richtig Spaß dran. Ich glaube, wir haben nie im Podcast darüber gesprochen, aber schaut, wenn ihr dieses Jahr einen Marvel-Film sehen müsst, abgesehen von Spider-Man, wo wir noch nichts zu sagen können, dann gibt Shang-Chi eine Chance, selbst wenn ihr ihn jetzt noch im Kino sehen könnt. Der ist jetzt morgen am 12. November schon auf Disney Plus verfügbar, aber er lohnt sich, er macht Spaß, er ist frisch, er geht in eine asiatische Filmecke rein, die wir so noch nicht erkundet haben im MCU und das macht einfach Spaß. Ganz genau, das hatte ich damals in meinem Review auch gesagt, ist vor allem für jemand, der noch nicht so mit den Asia-Movies was anfangen kann, ich hatte jetzt auch schon öfter erwähnt, ich bin ganz oft raus bei solchen Asia-Filmen, ist das wirklich ein guter Einstieg. Und du hast jetzt gerade ein paar Metaphern benutzt, anders, frisch, mal was Neues, self-contained etc. pp. Alles Attribute, die auch auf Eternals zutreffen sollten, so wurde uns das verkauft, so wurde uns das vermarktet. Und dann sitze ich im Kino und denke mir so, boah, ist das langweilig. Boah, ist das langweilig. Ich bin zweimal eingenickt. Ich war nicht der Einzige, der eingenickt ist, inzwischen weiß ich noch von zwei anderen, die eingenickt sind. Oder haben halt mal so weggenickt, ne. Der Film ist nicht wirklich schlecht, aber er ist halt auch nicht gut. Er ist halt einfach langweilig. Und der Cast, über den wir auch nochmal reden, ist ganz ehrlich, das ist das geringste Problem. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wo die herkommen, welche Ethnie, das ist völlig wurscht. Da hättest du auch keine Ahnung was reinstellen können, der wäre trotzdem langweilig geworden. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das bringt uns auch schon zu Eternals. Ich habe auf Twitter natürlich mal wieder eine Umfrage gestartet, sie läuft auch noch ein paar Stündchen. Aktuell steht es für Top 35%, für Naya 50% und für Flop 14,3%. Rotten Tomatoes habe ich gerade eben nochmal geguckt. Kritik-Score irgendwie um die 40%, Audience-Score hat sich jetzt gewandelt, ist jetzt auf 80% hochgesprungen. Interessanter Twist, dass der plötzlich so hoch ging, aber okay. So be it. Und wie gesagt, es ist kein Film, den ich, jetzt ist es kein Film, den ich jetzt hasse oder wo ich denke, oh Gott, was ein Scheiß. Nein, dieser Film ist mir einfach völlig wurscht. Und weil mir dieser Film so wurscht war, bin ich jetzt völlig überrascht, was für eine Welle der Film schlägt. Weil ich dachte eigentlich so, naja, take it or leave it, ja, gehst halt raus, schulterzuckend und so, ja gut, dann. Aber, das ist ja fast die Justice League des MCU. Ja, teilt sich jetzt gerade der Fandom in Wände, also, ja, wenn du den Film nicht magst, hast du ihn nicht verstanden. Die Film, die Verleih-PR spinnt leider auch wieder dieses, wenn du den Film nicht magst, hast du was gegen den Cast. Ganz, ganz kritisch, ganz, ganz kritisch. Diese Argumentation ist ja leider Usus geworden bei manchen Sachen inzwischen, sodass man immer so das Gefühl hat, okay, man castet Menschen so, damit man im Zweifel immer diese Nummer rausholen kann, wenn der Film nichts taugt. Sehr bitterer Beigeschmack. Und wir haben es dann bei uns auch in den Kommentarspalten gemerkt, vor allem bei Facebook, wo es dann letztens doch noch eine relativ, ja, ich will nicht sagen heftig, aber doch schon eine Diskussion gab, hab die übrigens uns zwei Bros, deswegen auch meine Einleitung von vorhin, also, auch latent das Recht abgesprochen hat, darüber zu sprechen. Und ich hab dann die Dame eingeladen, sie möge doch heute Abend hierher kommen und mit uns sprechen. Und schade, dass jetzt Lea auch nicht dabei ist, aber sie wollte unseren Bro-Talk da nicht stören. Und das Witzige ist ja, dass viele von den Leuten, die bei uns immer kommentieren, wo du einfach merkst, dass sie noch niemals eine Folge von uns gehört haben. Noch nie. Und dann sag ich immer, hast du schon mal eine Folge von uns gehört und dann kommt nie wieder eine Antwort. Das ist wirklich interessant. Wie lange bist du jetzt in sozialen Medien unterwegs? Wie viel differenzierte Kritik hast du bisher von Nutzern in sozialen Medien mehrfach gelesen? Also, sagen wir mal so. Ja, ich kann natürlich diese Aufregung verstehen und wir sind natürlich das Klischee des weißen, bei mir fast 40, bei dir über 40-jährigen Nerds, der in seiner Bubble im weißen Deutschland aufgewachsen ist und auch mit seinen Rollenbildern sehr zufrieden ist, so ungefähr. Ja, aber wir sind ja auch selbstreflektierend, wie wenn man uns hört, das an vielen Stellen wieder klarkommt. Wir versuchen es auf eine zumindest sachliche Ebene runterzubringen, wenn wir auch sehr emotional durchaus manchmal sein können. Aber bei uns zählen dann doch am Ende, ich würde sagen, wenn wir gute Argumente hören, wir beide, dann können wir überzeugt werden. Wenn wir es auch vielleicht nicht dann teilen, wissen wir aber wenigstens, woher es kommt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und deshalb auch an die Leser, die uns oder Hörer, die uns gerne kritisieren. Ich meine, von unseren Hörern kriegen wir ja, die, die uns wirklich hören, oft sehr schönes, positives Feedback. Das kommt dann wieder aus einer Ecke, wie du gerade schon gesagt hast, bei Facebook. Die sind Posts von uns, sind vielleicht über irgendeinen komischen Like, über eine Ad mal da drauf gekommen und geben dann ihren Senf dazu. Völlig in Ordnung, jeder darf seine Meinung haben, aber zumindest sollte man die mit ein paar Fakten unterlegen können. Ich bin nicht ganz deiner Meinung, was Eternals angeht. Nachdem er jetzt bei mir ungefähr auch eine Woche gesagt ist, bin, ist meine Meinung doch recht zwiespaltig. Sagen wir mal so, Herr von, er ist ein sehr ambitionierter Film. Er ist von einer Regisseurin, die jetzt nicht unbedingt für Hollywood-Action-Blockbuster bekannt ist. Der hat, glaube ich, für Nomadland zuletzt den Oscar gewonnen. Wobei sie den Film gemacht hat, bevor sie den Oscar gekriegt hat. Also sie wurde nicht engagiert, weil sie den Oscar gekriegt hat. Ah, okay. Ja, gut, aber zumindest ist sie sonst in einem komplett anderen Genre unterwegs. Das merkt man hier und das finde ich auch gut immer wieder, dass Marvel, anders als Lucas' Film, das dann auch durchzieht. Lucas' Film feuert dann seine Regisseure, wenn die nicht damit zufrieden sind. Marvel zieht es größtenteils durch. Bei Ant-Man zum Beispiel damals nicht. Aber jetzt bei solchen Sachen schon. Und es kommen durchaus interessante Produkte dabei raus. Und das möchte ich diesem Film auch zusprechen. Handwerklich ist ja wunderbar gemacht. Das, was wir da gezeigt bekommen, die Aufnahmen, die sehr viel im natürlichen Licht gefilmt worden sind, was wir sonst nicht kennen, an realen Schauspielplätzen, die dann digital erweitert worden sind, sieht alles top aus. Auch das Potenzial hinter der Geschichte. Also ich meine, man steht da, wenn man versucht, in einem zweieinhalbstündigen Film eine Story zu spannen, die mehrere tausend Jahre geht. So ein bisschen Silmarillion-mäßig, so ein bisschen die Art und Weise, wir möchten die Bibelgeschichte, die Kreationsgeschichte erzählen auf eine ganz andere Art und Weise und haben nochmal einen neuen Blickwinkel da drauf. Wir führen Charaktere ein, die durchaus Potenzial haben, unglaublich interessant zu sein. Und es auch an einigen Stellen auch sind. Vor allen Dingen, ich muss mir jetzt gleich nochmal die Namen wieder raussuchen, der Dr. Strange-Klon von seinem Assistenten oder von Wong, der Klon, der sieht typisch genauso aus. Ja, auch so eine Frage. Ja, nein, nein, es ist auch vollkommen richtig, auch so eine Frage, wer zum Henker macht da das Casting? Ja, ja, genau. Aber letztendlich, die Zutaten waren da. Die Ausführung war zum Teil auch da. Vielleicht war das Medium falsch gewählt, möchte ich jetzt mal in den Raum stellen. Ich fand den Einstieg in das Ganze okay. Er hat sich ja seine Zeit gelassen, er hat sich seinen Aufbau gelassen. Ich bin nicht damit zufrieden, wie er das am Ende aufgebaut hat, weil wenn man ein ordentliches Storytelling macht und diese Sprünge zwischen der Vergangenheit und Zukunft hat, dann kann man das à la lost machen, dass die Vergangenheit komplementär zu dem wirkt, was in der Zukunft passiert und dann auch durchzieht. Vielleicht hat man dann sogar ein großes Finale, wo die zwei Ebenen zusammenkommen. Ähnlich wie es Stephen King in Es hat, in dem Buch, in dem Film haben es auch ein bisschen zweigeteilt, aber dass sie durchaus sich gegenseitig vervollständigen und man in der einen Story Dinge erfährt, die für die andere Story wichtig sind und die erweitern. Hier haben sie mitten im Film plötzlich mit den Flashbacks aufgehört und einen ganz anderen Weg durchgezogen. Von der Tolerität springt der von einer leichten Komödie zu einem Actionfilm, zu einem persönlichen Drama, zu einer Beziehungskiste, was auch alles für sich geschlossen funktionieren kann, aber im Gesamten hat die Summe aller Teile, die machen halt nicht mehr, als man am Ende dann erwartet hätte. Absolut. Dem habe ich fast gar nichts hinzuzufügen. Liebe Freunde der Nacht, das war unsere heutige Folge zu Eternals. Nein, es ist vollkommen so. Ich erkenne die einzelnen Versatzstücke, die einzelnen Elemente. Wie du gesagt hast, handwerklich ist das Ding, bis auf Pip the Troll am Ende, der war wirklich noch so ein bisschen reingeschustert. Der muss noch in letzter Sekunde reingekommen sein, so sah zumindest das CGI aus. Ansonsten war das alles mehr oder weniger top. Da sind mir keine größeren Patzer aufgefallen und so weiter. Alles gut. Es war halt einfach, dass das Pacing stimmte gar nicht. Es hatte zwischendrin, habe ich mich brutalst an die Blues Brothers erinnert gefühlt, wir müssen die Band wieder zusammenkriegen und wir sind im Auftrag des Herren unterwegs. Weil am Anfang werden dir alle Eternals vorgestellt, damit sie mir danach dann nochmal vorgestellt werden. Und dann wird mir nochmal erklärt, was passiert. Und danach wird mir nochmal erklärt, was passiert. Und dann wird mir schon wieder erklärt, was passiert. Was dann aber manchmal wieder dem widerspricht, etc. Ich bleibe dabei. Es fängt ja schon mit dem Opening Crawl an. Genau, der Opening Crawl. Wir mussten den lesen. Er wurde uns nicht vorgelesen. Er hat Dinge gesagt, die uns doch besser hätten gezeigt werden können. Ich verstehe das, aber es ist nicht ganz wie Gott erschuf die Welt, weil es einfach viel zu viel Story schon da drin hatte. Ja, vor allem war halt, also ich habe diesen Crawl gesehen und dachte mir schon so, das sieht ja aus wie bei Blade Runner. Das ist der gleiche Title Crawl wie bei Blade Runner. Und dann waren auch noch die Eternals und die Deviants genau wie Replikanten bei Blade Runner in der anderen Typo geschrieben. Und da dachte ich mir schon so, boah, nee, es hat wieder so eine Blade Runner Nummer. Menschen, die nicht wissen, dass sie eigentlich was anderes sind. Und Kelsöpries, Kelsöpries, genau so war es dann. Für mich bleibt halt der Goldstandard des Word Building für Menschen, die von der Welt keine Ahnung haben, immer noch Herr der Ringe, die gefährden. Das ist für mich der Goldstandard, wie ich Menschen, die keine Ahnung von etwas haben, in 25, wie lange geht das Intro? 20 Minuten oder sowas? Oh, was um den Dreh. In 20, 25 Minuten zeige, erkläre und danach bin ich drin. Das sind die Bösen, das sind die Guten, diese Fraktionen gibt es, das hat es mit dem Ring auf sich, genau, Attacke. Das war ja alles da. Nur es wurde irgendwie so wahllos in den Film reingeschmissen. Anstatt diese Schöpfungsgeschichte einfach am Anfang mal 20 Minuten durch, durch, durch zu zeigen, das sind die, das sind die. So läuft das und hier sind unsere Eternals und jetzt fängt unsere Geschichte an. Ja, es wird von dem Leser, von dem Zuschauer erwartet, dass er diese, diese Vielfalt an Informationen verinnerlicht mit Fachwörtern, die er noch nicht kennt. Drei davon. Ich hatte auch, ich habe irgendwann mal davon gelesen, aber ich musste auch erst mal mich erinnern. Okay, Celestials, Eternals, Deviants. Wer hat jetzt noch mal welche Aufgabe gehabt in der Richtung? Wenn man nicht so ein bisschen im Comic-Universum gewesen war, hat man das doch eine Minute später schon wieder komplett vergessen. Es wird einem, und dann wird, werden einem Häppchen vorgeworfen, wo man es dann verstehen soll, wo es dann wieder, immer wieder erklärt wird. Wir haben diese nichts sagenden Bösewichte der Deviants, was ja auch in der Auflösung am Ende funktioniert. Warum sie einfach diese total gesichtslosen Viecher sind, die, die, die da gegen sie kämpfen. Das kriegen wir alles am Ende erklärt. Aber erst mal ist das völlig uninteressant. Da haben die gegen CGI-Kreaturen gekämpft, die keine Persönlichkeit haben, wo kein Hauptcharakter dazwischen ist und die mich einfach nicht interessieren. Da hätte auch der x-te Bug aus Starship Troopers daherkommen können. Das war einfach völlig uninteressant. Und die sollen jetzt diese große Bedrohung sein, die da jetzt in einer Sekunde, wie die die in einer Sekunde platt gemacht haben. Ich möchte doch mehr davon erfahren und nicht erst zwei Stunden warten, bis ich was davon erfahre. 70 Minuten war es. Ich habe auf die Uhr geguckt. 70 Minuten. Nach 70 Minuten wussten wir überhaupt erst, worum es eigentlich geht. Ja. Kann ja auch okay sein, solange man kleine Brotkrumen hinwirft, die zu der großen Auflösung hingehen. Aber die haben wir ja stellenweise nicht bekommen, weil die sich dann 20 oder 30 Minuten wieder in der persönlichen Geschichte verloren haben. Das ist ja dann auch was, was ich dann auch öfters mal lesen musste, wenn man jetzt dem Film vorwirft, dass da zu viel geredet wird. Ganz ehrlich, das wird halt geredet. Und was geredet wird, sind halt hauptsächlich einfach nur Glückskeksphrasen. Das ist einfach nur belangloser Quatsch, der da teilweise gequatscht geredet wird. Dann heißt es halt immer, ja, jetzt wird mal geredet. Das ist halt kein Fast and the Furious. Als ob es nur das und das gäbe. Als ob es nur deutsches Autorenkino der 80er gäbe und Fast and the Furious. Das wird doch damit überhaupt nicht gemeint, wenn gesagt wird, es wird geredet und geredet und eine Expositionsbombe nach der anderen. Es geht darum, dass geredet wird, aber es wird nichts gesagt. Wie heißt es bei der Filmanalyse vom Wolfgang Schmidt immer so schön, man schaut nur, aber man sieht nicht. Und hier hören wir, aber es ist nichts drin. Genau. Und dann habe ich ein Problem damit, wenn nur geredet wird. Das sind ellenlange Dialoge, wer mit wem, warum, wieso, weshalb. Und drei Minuten später geht es von vorne los. Auch diese Casting-Choice ist eine Geschichte. Ich dachte auch immer erst so, okay, der sieht jetzt aus wie der aus Doctor Strange. Dann, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Kit Harington. Und ich habe auch nie was gegen Schauspieler. Also grundsätzlich. Wir haben nie was gegen Schauspieler. Never ever. Die sagen ja auch nur das auf, was sie vorgesetzt kriegen. Ich habe was gegen Schauspieler, die glauben, dass sie Drehbücher schreiben müssen, weil das geht eigentlich in der Regel in die Hose. Aber halt Richard Madden und Kit Harington in einen Film zu packen, die dann auch noch beide das gleiche Love Interest haben, dass da noch Cersei heißt. Ja, die heißt in den Comics auch so und sie schreibt sich auch anders. Das hat mich halt leider rausgeholt und ein göttliches Wesen mit einem verdammt starken schottischen Akzent, der hat jetzt nicht zur Immersion beigetragen. Ja gut, sagen wir mal, wo guckst du Stargate und Star Trek, da haben die auch ihre verschiedenen Akzente. Nein, 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 nicht bei Star Trek. Star Trek haben die ihren Universal Translator. Okay, völlig in Ordnung. Star Trek versuchen sie auch, die Akzente auf den Planeten zu begrenzen und sowas. Aber jetzt Stargate, da gehen sie auch ins x-beliebigste rein und können alle Englisch sprechen und alle mit verschiedenen Akzenten. Das ist ja doch nicht mal was, was... Alles gut, das war nur so eine Sache, die so halt so mitschwingt. Ja, ich weiß. Und wenn die halt dann sagen, so Cersei, I love you, dann hast du halt andere Bilder im Kopf. Genau, es ist zu früh hinter Game of Thrones, dass sich ein Castingdirektor die Gedanken macht, die beiden in einen Film zu setzen, die Brüder gespielt haben, weil die sich auch optisch sehr ähnlich sind. Und die aber noch nicht mal ein Verwandtschaftsverhältnis da hinzubekommen. Ich hab ja nur den Teaser gesehen. Von den Teasern her dachte ich, Kit Harington wäre auch ein Teil der Eternals. Ist okay, wenn er es nicht ist. Aber das hat einen doch als Nerd, und es gucken einfach viele Nerds diesen Film, hat einen doch völlig aus der Szene rausgeholt. Und Game of Thrones haben auch viele Nicht-Nerds geguckt, das muss man auch dazu sagen. Ja. Kommt auch noch dazu. Ist übrigens auch okay, also ich fand den Einstieg in Ordnung, wo sie so ein bisschen was erzählt, also es hatte auch hier wieder Potenzial. Am Anfang haben sie ein bisschen Vergangenheit gezeigt, abgesehen von dem Title Crawl. Dann sind sie zu Cersei rübergegangen, die was mit ihrem Lehrer hatte. Und dann hätte man doch zum Beispiel, wie es auch bei Guardians war, den Fokus gerne auf sie komplett legen können. Wie sie einfach aufgrund dieser Bedrohung, die Eternals wieder zusammenbringen muss. Sie hat aber, nachdem sie ihren Teil, nachdem ihre Folge abgehakt wurde, verschwindet sie in die Bedeutungslosigkeit zu einem großen Teil der Szenen, die danach kommen. Also man folgt ihr nicht wirklich hinterher, hatte ich zumindest das Gefühl. Und wir brauchen noch einen Fokuscharakter, um die anderen Charaktere kennenzulernen. Lass es meinetwegen Kit Harington gewesen sein, der noch gar nichts mit den Eternals zu tun hatte. Und nimm ihn mit auf die Reise und so kommt er in diese Welt rein. Ja, so wie praktisch die Freundin in Shang-Chi uns als Zuschauer mitnimmt. Genau, wir brauchen ein Medium, über das wir, über das das Ganze vermenschlicht wird. Das sollte wohl dieser Karun sein, so als Comic Relief, der indische Produzenten, ein Kumpel da von Kingo. Aber der kommt doch erst nach 90 Minuten. Und er ist am Ende halt auch nur ein Happy-Klon. Und verschwindet beim Endkampf. Ja, verschwindet beim Endkampf. Lass uns mal kurz über die einzelnen Eternals einfach mal ganz kurz ein bisschen reden. Und wir werden nicht über die Diversity reden, weil sie völlig wurscht ist. Die ist völlig belanglos. Sie interessiert keinen. Sie interessiert einfach niemand. Beziehungsweise es ist schön, dass sie es damit reinbringen und dass sie auch nicht wieder alle weiß sind. Genau, Punkt. Aber es tut, meiner Kritik an dem Film hat damit 0,00 zu tun. Außer höchsten Story weiß, dass man vielleicht sagen könnte, naja gut, macht es jetzt irgendwie Sinn, dass ein Gott taubstumm ist. Okay, gut. Ja, also warum gibt man denjenigen? Aber ich sag mal so, ich mag die Schauspielerin aus The Walking Dead. Und ey, so be it. Das ist wirklich nicht, damit habe ich kein Problem. Ich habe, okay, ich habe gestutzt ein bisschen so, okay, macht das irgendwie, egal. Und auch, dass der Fassos, das erste homosexuelle Superhelden, so what, I don't care. Es wurde in die Story auf natürliche Art eingewoben. Genau. Sodass es nicht besonders aufgefallen ist, aber das ist auch nicht schön. Es soll halt im Erzählfluss dabei sein. Genau. Das macht es doch, das Integrierende da rein. Also, gehen wir es durch. Cersei, Gemma-Chan und nehmen wir gleich mit den Icarus. So, beziehungsweise Icarus. Ähm, ich habe, ich wusste auch, wie du wenig bis gar nichts über die Eternals, war dann überrascht. Ach so, ah, okay, alles klar, Gilgamesh und Athena, also Athena und Icarus, aha, okay, alles klar. Die haben dann auch verschiedene Mythen auf der Erde sozusagen begründet. So ein bisschen wie hier bei Dune, ne, die Missionarina Protektiva. Also praktisch so vorauseilend mal so ein paar Mythen streuen. Alles klar, verstanden. Und natürlich, dann denkst du halt bei Icarus auch gleich, Moment mal, das war doch der, der zu nah an die Sonne geflogen ist. Huch! Ja, okay. Also, Cersei und Icarus. Ähm, wenn ich auch hier nochmal auf den Goldstandard im Beziehung, wie zeige ich eine Liebesgeschichte in zehn Minuten, äh, nehme ich das Intro zu ab. Ist für mich der Goldstandard, wie ich, und das sind Animations, Animationenfiguren, ja, mit Knollennasen. Das ist für mich der Goldstandard, wie ich in zehn Minuten eine Liebesgeschichte erzähle, die dich bewegt, die dich berührt und da brauche ich nur zehn Minuten. Hier habe ich 150 Minuten und ich kaufe es ihnen keine Sekunde ab. Ja? Nee, die haben auch nicht unbedingt die passende Chemie für das Ganze, also vielleicht denken das andere, aber für mich waren die relativ inkompatibel. Absolut. Gut, zu Kit Harington, okay, ja, da hätte ich, also die waren warm miteinander. Die waren irgendwie wärmer, definitiv wärmer miteinander, ja, aber Richard Madden und die, er guckt halt auch immer gleich, also er guckt den ganzen Film halt gleich, gibt's ja schon so Memes, ne, wenn man gleich guckt. Hat auch immer die Haare schön, ähm, ja, hat für mich nicht funktioniert. Ähm, ja, die Superman-Vibes bei Icarus kommen natürlich rüber, aber lustigerweise hatte ich eher Homelander-Vibes und keine Superman-Vibes. Also mich hat der ganz brutal an Homelander erinnert, wie mich überhaupt die ganze Stimmung dieses Films nicht an MCU erinnert hat, sondern manche schreiben DC, ich hatte mich an The Boys erinnert gefühlt, als wäre das praktisch, ähm, ein anderes Superhelden-Universum, was mit MCU null zu tun hat. Und wenn ich mir vorstelle, die sollen jetzt neben Captain Marvel stehen oder Thor oder, gut, man lebt ja nicht mehr, die passen für mich überhaupt nicht da rein. Die funktionieren für mich von mir aus so als eigenständiges Ding, aber die passen für mich überhaupt nicht in dieses MCU, von, von gar nichts her. Und, äh, diese Liebesgeschichte hat für mich nicht funktioniert, ähm, und ich hab eigentlich Homelander-Vibes gehabt. Und, ach, kein surprise, er betrügt sie ja dann auch wie eben der Homelander, ist halt, ja, wobei, da kann man ja auch drüber reden, wer hier eigentlich wem betrügt und, ähm, am Ende des Tages, wer eigentlich Schuld hat an der ganzen Misere, ja, das, da gibt's ja auch durchaus zwei, zwei Geschichten. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum man sich so aufregt über diese, diese DC-Querferweise. Gott wird da in Geschiss drum gemacht, ja. Boah, es ist, es ist doch völlig egal. Solange es in der Story funktioniert, sollen die sich gegenseitig kopieren. Ich möchte, dass ich unterhalten werde oder zumindest mein Gehirn in irgendeiner Weise angestrengt wird, mich mit diesem Film zu beschäftigen, mich mit den Charakteren zu beschäftigen. Ja. Wer dann was besser macht, ist doch völlig egal, solange das Endprodukt stimmt. Eben, genau, ja. Ähm, und von daher war das mal natürlich witzig, dass da mal so, so wie Superman beziehungsweise halt einmal Batman, dann wird noch zweimal, wird Star Wars, ähm, erwähnt. Einmal sieht man ja eine kleine, ähm, dieses Malbuch, was da auf dem Tisch liegt, wo der, äh, Icarus drin rumblättert. Und einmal irgendwo, ich glaube, bei Ajax läuft's im Hintergrund, läuft Empire Strikes back im Fernsehen. Ja, ganz, ganz kurz zu sehen. Aber by the way, Chloe Zhao soll angeblich einen Star Wars-Film machen. Sagt, sagt das Internet, ja. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Ich glaube, wenn Marvel ihr noch mehr Freiheiten gelassen hätte, und sie nicht, nicht so eng in diesem Marvel-Korsett drin gewesen wäre, dann hätte der Film durchaus noch mehr Potenzial gehabt. Aber, gut, ähm, ist, ist dann halt so. Übrigens, es ist halt wieder diese, diese Disney-Synergy-Effekte, diese Synergien, dadurch, dass Disney alles besitzt, ähm, haben wir gestern, gestern haben wir auch Disney plus Free Guy gesehen. Sehr, 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 sehr spaßig. Ja, und da haben sie ja am Ende auch, äh, Star Wars und Marvel mit drin, dass sogar Chris Evans einmal auftraucht und sagt, what the fuck. Ja, also, Free Guy, ganz kurzer Exkurs, Forever Nerdgill und ich haben ihn uns auch angeguckt, ohne irgendwelche Erwartungen. Wir waren hellauf begeistert und hatten richtig Spaß an der Sache. Guck die durch. Ja, und lustigerweise hat Chrissy den mit mir geschaut, ähm, ich hab bestimmt mal mit ihr einen Trailer gesehen, aber sie konnte sich an keine Trailer erinnern und kannte die Prämisse komplett nicht. Und hat sich am Anfang gewundert, hä, was ist denn da jetzt los? Und so möchte ich mal in einen Film wieder reingehen. So möchte ich völlig unwissend in einen, das ist so ein bisschen mein Ansatz von denen, nur Teaser schauen. Dieses Erlebnis möchte ich wiederholen, es klappt leider mit meiner aufgeklärten Nerdheit nicht so wirklich. Naja, und mich hat der Teaser zu Free Guy überhaupt, oder der Trailer zu Free Guy überhaupt nicht angemacht. Das dachte ich mir so, ja, irgendwann mal. Und dann haben wir den letztens geguckt und ich hatte richtig unseren Spaß. Ja, ich mein, Ryan Reynolds spielt auch wieder eine Variante von Ryan Reynolds und Deadpool. Alles gut, darf er ja auch. Ist halt sein Ding, was er machen kann und funktioniert auch in der Art und Weise. Ist ein spaßiger Film, kann man sich angucken. Zurück zu Lück, machen wir mal die nächsten zwei. Ajak und Fina, Salma Hayek und Angelina Jolie. Ich sag mal, die vom Promi-Status her größten Granaten im Cast. Ich war durchaus überrascht, dass man Angelina Jolie für sowas gewinnen konnte. Ist jetzt nicht selbstverständlich, ja. Die macht ja jetzt auch nicht mehr so viel und dann für einen Comic-Film sozusagen, die nochmal zurückzuholen, ist schon durchaus ja nochmal ein Ding. Ja, also von daher, sie hat, ich mein, bevor... Ja, aber sie hat doch ihre, hier ihren Disney-Ding gemacht. Ja, aber das war, ich mein, ich guck gerade ihre Filmografie an. Sie hat Maleficent gemacht in 2015, 2014. Ja, Maleficent ist doch Wanted, geht doch auch komplett in die Richtung. Also, die hat schon viel in diesem Genre gearbeitet. Ja, okay, ich mein, sie hat doch schon länger nichts mehr gemacht, ne. Also, sie hat im Prinzip, sie hat Anfang 2000, hat sie jährlich drei Filme rausgehauen, so ungefähr. Und jetzt hat sie im Prinzip seit 2014 1, 2, 3, 4, 5 Filme gemacht in den letzten sechs Jahren. Ja, sie hat es auch nicht, also ehrlich gesagt, sie hat es ja auch nicht nötig. Ja, genau. Sie hat eine Familie, sie kann sich um ihre Familie kümmern, was ja auch schön ist. Und dann nimmt sie halt so eine eher kleine Rolle rein. Auch wenn das Marketing sie hochbauscht, muss man ja ganz klar sagen, Sama Hayek und sie sind eher hintergründig mit drin. Ja, bleib mal kurz bei Anjunia Jolie, hat für mich als Wonder Woman-Verschnitt halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie es gewohnt ist mit CGI-Charactern zu Schauspielern, weil das hat überhaupt nicht geklappt. Die hat gefühlt immer irgendwie in eine andere Richtung geguckt, aber nie diesem Crow ins Gesicht. Aber sie hat doch auch Beowulf gemacht, also eigentlich müsste sie alles kennen. Beowulf, mhm, ja. Mhm, es war doch auch komplett CGI. Ja, ja, das war aber komplett CGI, oder? Das war ja kein, ich interagiere als reale Person mit CGI, oder? Das war doch ein kompletter CGI-Film. Also, auch ihr Gott mit PTSD, ja, ähm, hm. Es ist so ein bisschen wie das Hawkeye-Problem im ersten Avengers-Film. Das war dann nochmal das Hawkeye-Problem im ersten Avengers-Film. Dass er die Hälfte des Films unter der Kontrolle von Loki steht und eigentlich nicht Hawkeye sein kann. Das haben sie hier auch wieder gemacht. Sie ist ein, ja, ähm, ein in sich versunkener Charakter, der gar nicht aus sich rauskommen kann, außer in ein paar Szenen und dementsprechend auch im Hintergrund verschwindet. Was ich wirklich, kann man machen, ähm, aber dafür, dass der Charakter eingeführt wird und man überhaupt nichts von ihm kennt, auch nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl. Ja, dann haben wir Ajak gespielt von Salma Hayek, die ich mit meinem latenten Gesichtsausperger aber wieder natürlich nicht erkannt habe. Weil meine Salma Hayek hat eine Schlange um den Hals und lässt Whisky den Fuß runterlaufen. Und so habe ich Salma Hayek abgespeichert und nicht anders. Wie lange ist das denn her? 30 Jahre? Keine Ahnung, aber so sieht die aus. Und so hat die gefälligst auszusehen. Nicht anders, sondern nur so. Das heißt, die habe ich jetzt überhaupt nicht erkannt, dass du im Abspann so, ach stimmt, das war Salma Hayek, richtig, ja, ist auch älter geworden. Aber sich gut gehalten als Ajak. Eigentlich von allen Postern her immer der Aufmacher, immer in der Mitte, um dann im Film nur eine Randfigur zu sein. Ja, die brauchen halt irgendwelche Zugpferde da drin. Ist okay, aber man darf jetzt dann vom Marketing nicht allzu viel erwarten, dass der dann auch den Film verkauft, wie er ist. Ja. Ja, war eigentlich am Ende des Tages auch nur so ein bisschen da, um für den Zuschauer halt noch wieder mal ein bisschen Exposition zu liefern. Sie ist so ein bisschen der Erklärbär. Ja. Dann haben wir mit Gilgamesh und Fastos, ja, die zwei Body-Positivity-Personen da drin, ja, ein bisschen kräftiger um die Hüfte, aber darf ich sagen, bin er da auch. Mai, der Gilgamesh, du hast gerade eben gesagt, er sieht halt aus wie der Ben Wong oder Ben, ich glaube Ben Wong heißt der, aus Doctor Strange. Mensch, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ist er da? Soll er da sein? Nee, ist er natürlich nicht. Ja. Die haben halt eine ähnliche Körperstatur. Ja. Und haben auch beide kein Haar, also von daher, das geht in die Richtung. Mag so sein, der Charakter, aber ich habe auch erst dreimal überlegen müssen, dass er einfach optisch zu mir, zu nah an Wong war. Ja. Ja, der ist ganz nett, aber im Prinzip, der ist halt auch nur irgendwie, ja, keine Ahnung. Hat nicht viel zu tun gehabt. Ja, irgendwie, wie Fisto aus He-Man, ja, hat halt eine dicke Eisenfaust und damit auch dazu. Da ist der Fastos schon durchaus ein bisschen interessanter. Er ist ja sozusagen der, ja, der Begeiber des Teams, der also die Menschheit damit, weil die Menschheit ist ja zu blöd für alles, ne? Also, da müssen wir gleich bitte noch drüber über die Menschheit in diesem Film reden. Aber die Menschheit ist grundsätzlich zu blöd für alles, aber sie kriegt halt alles von Fastos. Aber nur, wenn es halt gerade opportun ist, also nicht zu jeder Zeit. Hat er auch so ein bisschen 2001 und Monolithen-Vibes, aber okay. Den fand ich ja auch mit seiner Family-Story ganz sympathisch. Das war ein bisschen, das war unerwartet, das wusste ich nicht. Hatte ich nicht gewusst, dass die auch ein queeres Couple da drin haben. Das war so ganz nett. Vor allem, weil ich erst dachte so, hä, ist der Typ jetzt sein Bruder, sein Sohn? Wer soll das sein, ne? Bis ich das dann irgendwann gecheckt habe. Und ich kann auch, wenn das auch viel zu kurz kam, das Hadern mit, also sein Hadern mit der Menschheit und der Welt verstehen. Das war, aber war halt nur angerissen. Da hätte ich mir gerne mehr von gewünscht. Und von wem ich mir viel, 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 viel mehr gewünscht hätte, weil es, glaube ich, am Ende des Tages die interessanteste Geschichte von allen ist, ist die von Sprite. Ja. Sprite ist für mich der interessanteste Charakter dieser ganzen Bande zusammen mit Kingo. Mhm. Sprite, ja. Ja, es ist aber auch wie, so ein bisschen ein ähnlicher Charakter wie Claudia in Interview mit einem Vampir, die von Kirsten Dunst dargestellt wurde. Ja, richtig. Das Dilemma eines Erwachsenen in einem Kindeskörper, der niemals aufwachsen kann und sich dementsprechend niemals in die Gesellschaft integrieren kann, wie er möchte. Viel, viel, viel Potenzial dahinter. Sie wurde auch gut dargestellt. Sie hat auch diese Erfahrung wunderbar präsentiert. Ja. Nur war die auch wieder völlig belanglos für den Film, weil es eine Nebenstory war. Genau. Die am Ende sich dann in Wohlgefallen auflöst. Das heißt, nicht mal diesen Konflikt nehmen wir irgendwie mit in den zweiten Teil. Ja. Sie wird am Ende ein richtiger Junge. Ja, sie wird ein richtiger Junge, ja. Ja. Schade, weil ich hätte, natürlich freut man sich für den Charakter sozusagen, dass er das dann sein darf. Aber mir hat die Schauspielerin gefallen, diese Lia McHugh. Ich denke, dass man von der bestimmt noch mehr sehen wird. Ich fand die wirklich toll. Die hat das super gemacht. Gut, man kann sich jetzt fragen, warum man in 7000 Jahren nicht einmal seine Frisur ändert. Aber okay, aber das haben die anderen ja auch nicht gemacht. Ja, das war schade, weil von diesem Konflikt hätte ich, also dieses Hadern. Und dann hätte man im Grunde genommen auch nämlich die, wie heißt sie denn, die, mein Gott, die schnell rennende Tante, wo ich gerade eben gesagt habe, mein Gott, jetzt komme ich natürlich wieder nicht drauf, ne? Aus The Walking Dead. Du weißt, wie ich meine. Ach so, ja, 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 die, ähm, Druk, nee. Genau, nee, Druk war ja der Typ, der die Gedanken lesen kann. Stimmt. Du wirst lachen. Ach so, äh, Makari. Genau, Makari, richtig, ganz genau. Äh, Lauren Ridloff, so. Die zwei hätte ich mir geschnappt und hätte die und hadern lassen, ja? Nämlich, warum muss ich taubstumm sein? Warum darf ich nicht wackeln? Warum dürfen die anderen? Warum ist der Icarus so der Superman? Darf, alles kann, alles ist toll und so weiter. Und wir, warum? Was ist der Sinn dahinter? Jetzt, ganze Star Trek Folgen könnten sich darum spinnen. Tolle TNG Folgen oder so könnten sich um so ein Thema spinnen, ja. Aber das können sie, das können sie ja, könnten sie ja auch erst, äh, sich hinterfragen in dem Moment, wo sie erfahren, dass sie von den Celeste Shields gemacht und immer rebooted werden. Richtig. Ja. Ja. Aber wir haben ja noch Kumal Nanjani als Kingo. Ja. Ihn als Schauspieler habe ich geliebt in Silicon Valley. Ich weiß nicht, ob du Silicon Valley gesehen hast. Nee, ich kenn's nur vom Namen her. Äh, die Zeit, wo Sky noch da ist, schieb dir Silicon Valley rein. Okay. Eine sehr intelligente, eine sehr spaßige, äh, Comedy-Serie wirklich über Nerds und das Silicon Valley. Das, was so ein bisschen Big Bang Theory versucht hat und IT-Crowd mehr war, ist auf dem intelligenten HBO-Niveau Silicon Valley gewesen. Und ich seh gerade, es sind 53 Folgen, das krieg ich bis zum 25.11. noch hin, dann endet nämlich mein Sky-Armor. Also, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, als ich's vor ein paar, äh, vor ein, zwei Jahren mal durchgebincht hab. Und er ist halt auch eins der Highlights daraus, weil seine, seine Comedy und sein Timing sind einfach grandios. Absolut. Und er macht auch, ich sag mal, ein, ja, es ist ein, ein, etwas übertriebener, aber natürlich durchaus auch, ich sag mal, in Anführungszeichen realistisch. Der macht halt im Prinzip, ja, ich bin unsterblich und, und die Art und Weise, wie er das dann löst, ist halt im Prinzip super, dass er seine eigene Schauspieler-Dynastie halt eben ist, ja. Und, äh, einfach immer nur seinen Bart und seine Frisur ändert und so. Das, das war, das hatte, hatte Witz, das hat, das hat Spaß gemacht, ja. Ähm, das war auch, auch, äh, lustig. Seine Superkraft war halt jetzt einfach nur, Dinge aus den Armen zu verschießen, that's it, ne? Also, von daher, okay. Die haben auch teilweise echt komische Superkräfte, wo ich sag, wie, da kann der eine alles und manche nicht, aber okay. Und auch, auch hier wieder sehr lustig, es ist der erste Marvel-Film, wo die einen ihrer Charaktere, also ihn jetzt hier in den Kumail, ähm, haben super trainieren lassen. Er hat ja im Vorhinein auf Social Media irgendwelche Videos gepostet, wie er einfach ripped war, wie er einfach auch diesen fetten Waschbett-Bauch hatte, den Captain America-Waschbett-Bauch. Ähm, und er durfte kein einziges Mal in diesem Film sein Shirt haben. Ja, das hab ich, hab ich auch gesehen im Making-of, dass er anscheinend richtig trainiert hat dafür, ja. Ähm, ja. Ähm, genau, also, Kumail Najani, genau, ich hab in meinem Single-Cast nochmal ein Problem gehabt, den Namen da ein bisschen auszusprechen, war definitiv auch ein Highlight. Das hat auch ganz gut funktioniert mit seinem Buddy da, diesem Karun, der natürlich, wie ich hatte es vorhin gesagt, schon so ein bisschen so ein Happy-Klon war. Also der Happy aus den, ganz, ganz, ganz am Anfang, nicht mehr der Happy von, von später, ne? So als der Happy halt eben noch so der Kommer-Khalifa. Und dann haben wir noch den Letzten im Bunde, das ist nämlich dann, man weiß bei den Zehen auch gar nicht, ob man alle noch hat, ne? Ich glaub, wir haben noch nicht über Druig im Grunde gesprochen. Ja, kann gut sein. Das ist derjenige, der auch interessant wäre, weil auch er hadert mit der Welt, zwar nicht durch seine körperliche Beeinträchtigung, sondern er kann halt Gedanken kontrollieren, was ja an sich dann auch eine interessante Superkraft ist. Und der wird uns am Anfang so ein bisschen als potenzieller Bösewicht angeteasert, ist er aber dann gar nicht so. Aber er hätte es gut sein können, weil das wäre natürlich ein bisschen wie Ozymandias aus Watchmen. Weißt du? Die Menschheit kann sich nicht selber retten, dann mach ich das jetzt für die und weil ich halt deren Gedanken kontrollieren kann, alles hört auf mein Kommando. Ja, auch hier wieder sehr coole Ideen drin, die total viel Potenzial haben und die in einem zweieinhalb Stunden Film verschenkt werden. Jetzt, wo wir die Charaktere durch sind, können wir es ja nochmal sagen, wir haben alle kennengelernt. Ja, wir haben alle so ein bisschen angerissen, was ihre Charaktere anging und ihre Fähigkeiten anging. Und in jeder Episode, ich sag's jetzt Episode, mussten wir die Origin-Story nochmal kurz durchgehen und mussten auch nochmal dran erinnert werden, dass ja die eine tot ist. Ähm, aber mach eine Pilot-Episode, die quasi als, ja, Herr der Ringe Vorspann gilt. Äh, mach eine Episode, wo Cersei vorgestellt wird als Point-of-View-Charakter, die sie ja auch sein sollte, aber wo es das einfach nicht funktioniert hat, äh, wo sie diesen Mord rausfindet. Und neun weitere Episoden, wo wir in einer Lost-Flashback-Struktur die Leute in der Vergangenheit und in der Gegenwart kennenlernen, bis sie am Ende alle zusammenkommen und das große Finale bestreiten. Hättest du ja auch auf zwei Staffeln aufteilen können, meinetwegen in dem Moment, wo sie rausfinden, äh, dass sie die ganze Zeit nur von dem Celestial manipuliert worden sind. Und Staffelende, boah, wäre nicht das Überraschendste gewesen, aber hätte, äh, Spaß gemacht. Und dann, mach eine zweite Staffel und dann mach das Finale, dann hätte man Zeit gehabt, sich mit denen zu beschäftigen und sie kennenzulernen. Hätte verschiedene Stile in verschiedenen Episoden ausprobieren können, wie sie es ja auch hier im ganzen Film gemacht haben. Und es wäre noch nicht mal ungewöhnlich gewesen, dadurch, dass wir, guck, wir haben Umbrella Academy, wir haben Watchmen, wir haben doch total viel, wir haben, äh, The Boys, wir haben doch total viele Superhelden-Serien, äh, mit einem riesigen Cast, der eingeführt wird. Umbrella Academy vielleicht das beste Beispiel sogar dafür, wie sowas funktionieren kann im TV. Marvel macht doch seit dieser Staffel, äh, seit dieser Phase Serien. Das ist leider so ein dermaßen groß verschenktes Potenzial in der Serie. Ja, ich bin, ich kann es hundert Prozent genauso unterschreiben, das als Serie, Woche für Woche, erstmal jeden Charakter einfühlen, dann dieser große Reveal, ja, so, so hätte man es machen können. Oder hätte, hätte, Fahrradkette. Und lass es meinetwegen auch eine halbe Stunde sein, wie ein Mandalorian. Ja. Dann wären es am Ende drei Stunden gewesen, oder dreieinhalb Stunden, die man dabei rausgekommen hätte. Aber man hätte in sich geschlossene Einheiten gehabt, die zusammen mehr als, äh, die Einzelteile, äh, gehabt hätten, gemacht hätten. Die, die, die Einzelteile sind mehr als die Summe des Ganzen oder so. Keine Ahnung, ich komme jetzt nicht auf, äh, auf die Metapher, die ich jetzt, äh, gerade sagen wollte. Aber genau so, ja, ähm, wir lernen die alle kennen. Wir gehen durch die ganzen Sachen durch, wie du gerade schon gesagt hast, äh, in Teilen verschwinden die Charaktere. Ab der Hälfte der Story werden die Flashbacks einmal komplett vergessen und werden, äh, auch nicht wieder eingeführt. Äh, und am Ende gibt's den großen Endk- ach, eins haben wir auch noch vergessen. Äh, das Monster, was Menschlichkeit erlangt. Ja, ähm, Crow ungefähr so genauso unnötig wie, ähm, der weiße Ork in der Hobbit, ja. An den hat er mich total erinnert, ähm, warum auch immer, hab mich total dran erinnert an, an, an diesen Charakter und zwar auf viele Dinge erstmal in der Darstellung, als er dann sprechen kann. Und menschlich wird's so das eine und auch in seiner völligen Belanglosigkeit als Bösewicht für die ganze Geschichte. So, hm, ja, okay, ja. Warum kann sich nicht dieser Ashram oder wie der heißt als, ich mein, Böse ist ja, wie heißt das bei Star Wars so schön, von einem gewissen Standpunkt aus, ne? Also, wenn ich Eternal bin, äh, Celestial bin, dann sind eigentlich meine Eternals die Bösen und dann ist eigentlich der Homelander der Gute, ja. Wenn ich natürlich Mensch bin, in Anführungszeichen, dann natürlich umgekehrt, ja. Ja, aber ja, der, dieser, äh, Divi, also diese, ich fand diese Diviens grundsätzlich doof, ich fand die, ja, irgendwelche random Monster, pff, ja, die auch mir noch so, die mir auch noch eingeführt werden, als dass sie ja nur überleben wollen. Also, denk ich mir so, ja, okay, gut, die machen halt, was sie tun, hä? Fand die ganz schwach. Also, man hat natürlich das Gefühl, dass da ganz, die ganze Zeit irgendein Plan hinter sein kann, das kann nicht so stumpf sein, wie es eingeführt wird. Äh, man hat natürlich beim Icarus auch, äh, von, also ich hab's von ganz vorne gesehen, dass er am Ende derjenige war, der, äh, Selma Hayek getötet hat und sich dann als, ähm, äh, als Verräter entpuppt, quasi in dieser Gruppe. Das war jetzt relativ offensichtlich, meiner Meinung nach, wenn man ein paar Filme mittlerweile, äh, gesehen hat, äh, aber, okay. Aber es ist viel zu viel in einem zweieinhalb Stunden Film. Dann haben wir ja noch das, wie du grad gesagt hast, das ganze Konzept mit dem Celestial, der sie schafft, der auch großartig aussah. Oh ja. Ich meine, dass man, dass man am Anfang noch nicht mal, man hat eine Wand gesehen. Ja. Nicht mehr als eine Wand und hat sich gedacht, wo ist der denn jetzt? Und irgendwann wird später rausgesumt und, ah, krass, ähm, der ja dann auch später auftaucht. Aber auch eigentlich null und nichtig dafür, dass die Erde am Ende hätte zerstört werden müssen. Allein sein Gravitationsfeld hätte doch alles kaputt. Ist egal. Ist egal. Comic, Comic-Physik völlig, völlig gut. Hätte auch so funktioniert. Alles gut. Aber, äh, dann, es wurden Dinge angerissen, es wurden Storys reingequetscht. Und dann gab's natürlich noch das typische Marvel-Anteasern, dass Kit Harington jetzt den, äh, äh, wie heißt er jetzt? Das Black Knight macht. Da kommen wir gleich zu. In Black Knight macht, genau. Da kommen wir gleich zu. Auch, auch noch mehr, auch noch mehr. Auch noch mehr. Ja, ja, auch noch mehr drin. Lass uns mal bei etwas bleiben, das ich in meinem, äh, spoilerfreien Review gesagt hab, dass das ein, es ist, weiß Gott, nicht der erste, aber irgendwie ist es mir bei diesem Film extrem sauer aufgestoßen, ein zutiefst chauvinistischer Film ist. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz mal eine Begriffserklärung des Wortes Chauvinismus machen. Das hat nämlich jetzt nicht was nur zu tun mit Männer verhalten sich Frauen gegenüber Scheiße, sondern Chauvinismus heißt eigentlich der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Art. So, und zwei Sachen haben mich massiv gestört in dem Film. Zum einen, dass die 5000 Jahre brauchen, um festzustellen, dass der Mensch dem Mensch ein Wolf ist. Da brauchen die 5000 Jahre für, um das rauszukriegen, really? Nee, ähm, um aber dann im Grunde genommen die Menschheit, die man nie sieht, außer mal kurz Keith Harrington, ansonsten sieht man ja nie irgendwelche, ja, die sind's dann auf einmal die, die eigentlich ja doch dann zu retten sind. Obwohl die ja in dem Gesamtgefüge, was der Ash schon vorhat, doch völlig irrelevant sind. Völlig irrelevant. Ja, in dem Gesamtgefüge völlig irrelevant. Und dazu möchte ich ganz kurz mal eine Lasermail, eine Lasermail, nein, eine Lasermail, eine Lasermail in Teilen vorlesen von Michael, der uns die, ähm, geschrieben hat. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, wo er das, äh, wo er zu diesem Punkt auch ein bisschen Stellung genommen hat, weil er hat eine sehr lange Mail geschrieben, Michael, an der Stelle vielen Dank. Aber ich möchte jetzt mal einen Punkt daraus zitieren. Auch der Chauvinismus, beziehungsweise die Eigenliebe der Menschen, wie wir sind doch so toll, muss ich einsehen, da kann man drüber stolpern. Und dann ist der Film auch in der Tat unlogisch und etwas doof. Ja, es wird häufig gesagt, wie toll die Menschen sind und ich war auch schon im Kino und bei diesem Punkt etwas zwiegespalten. Aber ich habe es denen abgekauft, dass sie, also die Eternals, die Menschen lieben. Bei der Anführerin, also Ajak wahrscheinlich meint er, tue ich mir tatsächlich schwer, da sie seit Jahren den Plan wusste und Icarus wusste es ja auch, aber die waren dann auch nicht pro Menschen. Wenn man sich zurückerinnert, die Aufgabe der Eternals war es ja, die Menschheit voranzubringen. Sie haben ihr geholfen, also der Menschheit und sind zum Teil daran verzweifelt. Es ist psychologisch bewiesen, dass je länger und häufiger du jemanden siehst, desto mehr du ihn siehst, desto mehr liebst du diese Person. Und die Eternals haben die Menschen seit Jahrhunderten begleitet, weswegen sie nachvollziehen können, dass man das Beste für sie will. Die Menschen sind für die Eternals eher wie ein Hund als ebenbürtig, ja genau, aber den würde man ja auch nicht einfach töten oder beziehungsweise nur töten, wenn es nicht anders geht. Also, ja, kann ich im Grunde genommen schon ein bisschen nachvollziehen. Die Implikationen, okay, dann sind es also nur die Menschen, die so sind und auf allen anderen Welten, wo Eternals geboren wurden, ist das nie passiert, weil das halt beschissene Spezies sind, bei denen sich das nicht lohnt. Wo Celestials geboren wurden. Celestials geboren werden, genau. Das sind halt beschissene Spezies, da passiert es halt nie, sondern nur bei der tollen, ach so tollen Menschheit passiert es. Und dann ist die Menschheit gar nicht ach so toll, weil, wie gesagt, sie bekriegt sich eigentlich die ganze Zeit. Das war für mich so ein Punkt, wo die Motivation aller Beteiligten für mich überhaupt nicht gepasst hat. Denn in der großen Summe des Universums, das uns ja 5000 Mal gezeigt wird, ist die Erde dann ja völlig irrelevant, weil es einfach nur ein Alien-Ei ist. Ja, das war für mich zu groß, weißt du, das war für mich so zu groß, vor allem neben den physikalischen Implikationen, die ich versucht habe beim Gucken auszublenden, was jetzt passiert, wenn gerade aus der Erde mal so ein, ja, es war schwer, es auszudenken. Okay, ich meine, wir sind hier ja, also ich konnte das schon nachvollziehen, wie die Eternals, wenn man sie aus der Geschichte her sich anschaut, dass sie ja von den Celestials geschaffen worden sind, um genau die Menschheit voranzubringen, um dann wieder rebooted zu werden am Ende. Sind sie sicherlich als Roboter, als Maschinen-Lebewesen geschaffen worden, um sich auch nicht in die Bewohner eines Planeten zu verlieben. Vielleicht sind sie jetzt zu dem Zeitpunkt gekommen, regeneriert bis regeneriert, bis sie wie die Androiden plötzlich dann irgendein Gefühl entwickeln. Und dementsprechend brauchen sie auch ihre 5000, 10.000 Jahre, um das zu erkennen. Sie sind halt sehr zeitlose Kreaturen, die einfach solche Zeiträume überbrücken müssen und sind dementsprechend distanziert. Deshalb auch wieder für mich, für mich der ziemliche Vergleich zu DC, weil in DC sind die Helden auch immer Götter und die stehen über allen. Während Marvel ja versucht, seine Helden sehr menschlich zu machen und aus den Schwächen heraus das zu zeigen. Superman ist der Übermensch und Wolverine ist der fehlhafte Mensch, dem Böses angetan wurde, aber er hat Superkräfte, die unterdrückten Mutanten. Deshalb waren für mich die Eternals mehr wie diese distanzierten Götter aus dem DC-Universum, die dann auch natürlich ihre Schwierigkeiten haben, sich in das Ganze zu integrieren. Sie sind wohlwollend gegenüber der Spezies, die da ist. Habe ich nicht hinterfragt, weil es gut war. Auch dieses typische, dass die Menschheit denn jetzt was Besonderes ist. In jedem besseren Science-Fiction-Roman ist die Menschheit was Besonderes. Ich weiß. Und wir haben die Avengers und wir haben alles andere. Und deshalb stellt sich jetzt erst die Frage von dem klassischen Trolli-Problem, wen opfern wir am Ende? Für wen verstellen wir das Gleis? Sterben entweder Millionen, Milliarden oder stirbt nur der eine? Welches Leben ist mehr wert? Und das ist das klassische Problem, was sie jetzt ein bisschen umgehen in dem Ganzen und nicht ganz lösen. Dadurch, dass der Celestial halb geboren wird, fast durch die Kruste durchbricht, aber dann wieder in Schlaf versetzt wird oder versteinert wird. Was mich übrigens total an Vajana erinnert hat. Mit dieser Göttin. Die dann wieder zur Insel wird. Ja, aber Vajana ist ja noch ein bisschen anders. Ja, ja, klar. Rede so von der Optik her, so von der Optik her, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Sah auch toll aus. Also gerade wahrscheinlich dadurch, dass die reale Szenen da ergänzt haben durch diese Hände. Für mich interessiert es jetzt ehrlich gesagt, wie das nochmal Auswirkungen auf die Erde im MCU komplett hat. Genau. Und irgendwie, frag mich nicht, du hast vollkommen recht, natürlich ist praktisch dieser, den ich jetzt gerade kritisieren, der chauvinistische Ansatz eigentlich immer da, weil immer geht es darum, dass die Erde im Mittelpunkt steht und gerettet wird. Bei Independence Day, scheißegal, you name it, ist im Grunde genommen immer da. Aber irgendwie ist es mir bei diesem Film sauer aufgestoßen, frag mich nicht warum. Ich glaube einfach, weil es mal wieder, weil es um alles ging und aber diesmal Dimensionen angenommen hat, die, und das muss man schon zugeben, seit Discovery keiner mehr angefasst. Es geht ja um nichts Geringeres als das Universum. Und zwischendurch kam mir halt so der Gedanke, alter Mensch, auf dieser Erde, in diesem Universum möchte ich nicht sein. Weil du hast ja, das ist ja grausam, ja, also du hast erstmal harmlos in Anführungszeichen, musst du damit rechnen, dass permanent überall dir irgendein Superheld vor die Füße fällt. Damit musst du absolut jederzeit rechnen. Zusätzlich, wenn du in den USA wohnst, neben der normalen Gun-Violence, musst du jetzt auch noch damit rechnen. Dann können jederzeit irgendwo Dimensionslöcher auftauchen, wodurch Außerirdische einfallen. Skybeams sowieso an jeder Stelle, Götter können einfallen, dich versklaven, ja, dann kann plötzlich sich die Hälfte zu Staub auflösen. Dann hast du dich gerade dran gewöhnt, dann sind die alle wieder da, ja. Stell dir mal vor, du hast dich gerade gefreut, dass die Schwiegermutter weg ist und drei Jahre später kommt die wieder, ja. Dann, das kann die ganze Zeit passieren, Außerirdische kommen dann auch schon die ganze Zeit und plötzlich wächst noch ein riesen Steinbeißer aus der Erde raus, ja. Also ganz ehrlich, in dieser Welt, wenn du nicht mitten in London von irgendeinem, von einem Monster aufgefressen wirst, da kannst du dich doch eigentlich gleich umbringen als normaler Mensch. Ja, zumindest sollten unsere gesellschaftlichen Strukturen, wie sie aktuell bestehen, nicht mehr lange bestehen können bei diesen Katastrophen, die da passieren. Das ist so ein bisschen das Doctor-Who-Phänomen. Doctor Who treibt sich ja auch die ganze Zeit seit seinen 13 Inkarnationen über tausende Jahre auf der Erde rum. Und ich weiß nicht, wie oft die Erde von Daleks eingenommen wurde und wie oft von anderen Spezies überrannt wurde. Bei jedem neuen Doktor und bei jeder neuen Story ist der Status quo wiederhergestellt und keiner weiß irgendwas von Aliens und lebt in seinem fröhlichen Nichtwissen. Ja, wie gesagt, das ist halt Filmlogik, alles gut. Aber wenn du dich halt in so einem geschlossenen MCU, also in einem geschlossenen Filmuniversum bewegst, dann nimmt es halt jetzt, weil halt das ja auch der Anspruch ist, es ist alles eine große Geschichte und es hängt alles miteinander zusammen. Dann muss man natürlich sagen, so langsam ist die Menschheit jetzt, also macht es eigentlich echt keinen Spaß mehr an der ganzen Sache. Gut, ich würde mal sagen, lass uns noch über die zwei Post-Credit-Scene reden, die ja vielleicht noch ein bisschen ausschlaggebenden Punkte haben. Also wir haben die erste Post-Credit-Scene, da lernen wir einen neuen Charakter kennen, nämlich einmal Pip the Troll. Eigentlich der Sidekick von Adam Warlock, der ja ganz heiß erwartet wird von ganz vielen Fans, aber bisher noch nicht. Ist auch in Guardians 3 drin. Genau, der in Guardians 3 dann drin kommt. Gesprochen von Patton Oswald, hätte ich jetzt nicht erkannt, wurde mir gesagt, okay, hättest du das erkannt, du bist ja dabei so, stimmen wir eher so drin. Ja, Patton Oswald, den kenne ich direkt und der hat ja jetzt auch wirklich schon neben Agents of S.H.I.E.L.D. ist das dann seine zweite Rolle im MCU, wobei Agents of S.H.I.E.L.D. ja auch nicht mehr Canon ist. Ja, das CGI hier, hatte ich vorhin schon gesagt, hat mich jetzt ja so, war okay, das war irgendwie noch so ein bisschen reingeschußert ganz am Ende. Und wir lernen dann noch Eros kennen, den Bruder von Thanos. Und da muss ich jetzt aber dann nochmal was fragen, weil das ist mir dann in der Vorbereitung auf diesen Stream heute nochmal gekommen. Der Thanos war doch auch ein Eternal. Nein, Thanos ist ein Titan. Aha, okay, ist was anderes dann, okay. Ja, es gibt halt verschiedene Stufen von Göttlichkeiten in diesem ganzen Ding im MCU oder im Marvel-Universum. Ich hab mir das irgendwann mal durchgeschaut. Es geht hoch oben bis dem Tod, das Leben und ganz drüber gibt es übrigens Gott. Ach, Ashram ist aber nicht, also über Ashram gibt es nochmal was. Ja, ja, es gibt über den Celestials gibt es noch dieses eine Wesen, was wirklich alles kontrolliert und was irgendwie Gott sein soll, was dann auch teilweise als Autor der Comics gleichgesetzt wurde. Aber es gibt halt, es gibt diese eine Übermacht, die ganz oben ist, wie aber nie irgendwie was macht. Halt der Gott. Okay, verstehe. Okay, okay, also war Thanos kein Eternal, sondern ein Titan, okay. Genau. Warum sieht sein Bruder dann so anders aus? Kann man das erklären? Naja, wieso siehst du anders aus als ich? Naja, okay, aber wir sind A nicht verwandt, ja. Okay, also keine Ahnung, vielleicht gibt es da, ich weiß, dass dieser Eros ja dann später auch ein Avenger wird unter dem Namen Starfox. Das, soweit weiß ich das. Dann ist halt die Frage, wo kommt der jetzt drin vor? Thor 4, Guardians of the Galaxy 3, Starfox ist ein Thema bei She-Hulk, She-Hulk Serie angekündigt, wahrscheinlich nicht, eher ein bisschen, oder Eternals 2, denn es gab ja am Ende des Films noch eine Drohung, Eternals will return. Das ist die eine Post-Credit-Scene, die also jetzt erstmal zwei Charakter einführt, ich gehe davon aus, Thor 3, Guardians of the Galaxy, irgendwie sowas. Kann gut sein. Und dann haben wir noch die zweite Post-Credit-Scene und die ist eigentlich die viel wichtigere, nämlich, The Kid Harrington ist wieder da, Dan Whitman, der hat ja im Film einen Ring von Cersei bekommen mit so einem ominösen Raben, Falkenwappen drauf, irgendwie sowas. Und er redet auch von einem Onkel, der irgendwie im Sterben liegt oder sowas, nämlich der Onkel Nathan, der mal der Black Knight war, als er noch ein Bösewicht war. Und dann hat er jetzt diese Kiste und er macht sie auf und da ist die Ebony Blade drin. Wir haben ja vorher im Film schon Excalibur gesehen und jetzt eine schwarze Klinge, die Ebony Blade und dann sagt eine Stimme, Are you ready yet? Ich dachte, jetzt schon wieder Nick Fury oder wie? Nein. Aber es war nicht Nick Fury. Nein. Es wurde bestätigt, dass es Mahershala Ali's Blade sein soll. Das heißt, nach den Teasern bei Loki, glaube ich, wo Vampire erwähnt wurden, können wir also jetzt endlich mit der Aufnahme von Blade im MCU reden. Und wahrscheinlich wird der Morbius auch drauf einzahlen, oder? Wir kriegen wahrscheinlich so einen Monster-Verse im MCU, oder? Lass uns mal das noch weiter trennen. Morbius ist weiterhin Sony. Das ist das, wie sie es irgendwie genannt haben, das Spider-Man-Multiversum oder so, wie sie es genannt haben zuletzt. Okay. Meine Güte, ich merke gerade schon, dass ich früher mehr verfolgt habe und mittlerweile auch an so einer gewissen Übermüdung. Für mich ist die Superhelden-Fatigue, kommt so langsam rein. Ja, der Film hatte sie, weil ich bin ja eingeschlagen. Mal schauen, wann sie denn endlich angekommen ist. Aber ja, lass uns das Spider-Man-Universum, das ist Morbius, das ist Venom, das wird zukünftig wahrscheinlich auch Spider-Man sein. Lass Sony ihre eigene Ecke machen. Mit unserem klassischen MCU wird das nicht viel zu tun haben. Blade wird sein eigenes Ding sein. Aber ja, Blade ist ja schon länger bestätigt, dass das auch mit Mahershala Ali in der Hauptrolle verfilmt wird. Und allerdings ist es immer noch nicht klar und scheinbar auch Kit Harington noch nicht klar, wie er dann später mal eingesetzt wird. Es ist auch noch nicht, überhaupt noch nicht beschlossen, dass sein Charakter der Black Knight wird. Das wurde auch schon bestätigt in Interviews. Nach Eternals, die wissen im Prinzip noch nicht wirklich, haben noch nicht einen großen Plan, zumindest was sie verlautbart haben, was sie jetzt am Ende mit den Eternals machen. Es könnte sich als lange mal wieder ein Flop herausstellen, nach langer, langer Zeit, nach Thor The Dark World und Hulk. Und da muss man halt schauen, die haben es nicht nötig, um einen Linken-Sequel zu machen, in der Art und Weise. Ich könnte mir vorstellen, dass die Charaktere wieder woanders auftauchen. Ich glaube, Eternals 2 könnte schwierig sein, ist auch okay. Und die ganzen Charaktere, um Kit Harington, er weiß selber noch nicht mal, wie er eingesetzt wird. Marvel geht auch weg von diesen Multi-Movie-Deals, die die früher gemacht haben. So mit Chris Evans, der neun Filme unterschrieben hat, oder Samuel L. Jackson. Die möchten wirklich auch weg von diesem ganzen großen Ding und sagen, ja, wenn die Stars drauf Bock haben, wenn die Lust haben, weiterzumachen, dann arbeiten die gerne mit uns zusammen und dann können wir einen Film für die entwickeln. Aber dann lassen wir erst mal so ein bisschen offen. Im Chat wird gerade noch geschrieben, dass Finn schreibt, Thanos ist ein Eternal-Deviant-Hybrid. Aber im MCU wurde das so nie präsentiert. Okay, ich wusste doch, dass der irgendwas mit Eternals auch zu tun hat, aber dann ist das so ein Halbding. Weil es macht nämlich auch dann keinen Sinn, weil er hat ja eine Mutter und eine Tochter und blau und überhaupt. Und die pflanzen sich ja offensichtlich gar nicht fort. Und warum sieht es der Bruder? Okay, von daher verstehe ich, dass man diesen Aspekt einfach jetzt nicht weiter ausbaut. Und das dann als Titan im Grunde genommen hier in dem MCU dann so lässt. Ja, das verstehe ich. Michael, warum ist jetzt dieser Film anders? Denn ich bin aus dem Film raus und habe mir gedacht, boah, der war jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht anders. Was soll daran jetzt anders gewesen sein? Es war eigentlich im Grunde genommen ein Marvel-Film wie immer nur in langweilig, aus verschiedenen Gründen, die wir heute dargelegt haben. Aber anders hat der Film jetzt für mich nichts gemacht. Anders wäre für mich gewesen, ich mache eine Detective-Story im MCU. Anders war für mich Guardians of the Galaxy, was so ein bisschen viel mehr auf die Buddy-80er-Jahre-Comedy-Geschichte gesetzt hat. So einen klassischen Abenteuerfilm gemacht hat. Anders war für mich auch ein bisschen Shang-Chi, ja, auch wenn es natürlich in seinen Grundfesten eine Origin-Story eines Superhelden war. Ja, trotzdem irgendwie ein bisschen anders. Anders wäre für mich eine Ghost-Story gewesen oder irgendwas. Was war in diesem Film jetzt so anders, dass es rechtfertigt, im Marketing damit so rumzutösen? Ich sehe es nicht. Ich sehe das anders sein nicht. Und ganz ehrlich, niemand von den ganzen Kritiken, die positiv sind, wollte eigentlich heute Abend noch ein paar raussuchen. Aber wir hatten so eine angeregte Diskussion, da brauchst du das gar nicht. Da habe ich auch nur gelesen, ja, der Film ist anders. Und wenn dann irgendwo stand, warum? Dann hieß es halt, ja, das wäre eine ganz tolle Kamera gewesen. Und so tolle Landschafts- und wenn alles kacke ist und die Landschafts-Annahmen immer gut. Wo war der Film anders? Hast du das gesehen, dass andere, ich habe es nicht gesehen? Lieber Chad, was war für euch anders? Ich habe den Versuch gesehen. Ich habe den Versuch gesehen. Und dieser Versuch ist vor allen Dingen über das Visuelle gegangen und über die Interaktion der Charaktere miteinander. Und den Versuch dieser Story, die dahinter liegt. Klar, wir hatten die Infinity Stones, die dann auch irgendwie ihre Milliarden Jahre übersprungen haben und überall aufgetaucht sind. Aber dieser Film hat es versucht, einen Bibel-Epos, eine ziemliche epische Geschichte zusammenzufassen und diesen Weg zu gehen. Am Ende ist, sei es durch die Kontrolle von Kevin Feige oder Marvel oder Disney, sehr viel typisch Marvel-mäßiges rausgekommen. Wir hatten die CGI-Kämpfe, wir hatten die Origin-Stories, wir haben den großen Kampf am Ende, wir haben die Credit-Scenes und so weiter und so fort. Wir haben eine Verbundenheit mit dem MCU. Diese ganzen Dinge haben für mich den Film daran gehindert, wirklich anders sein zu können. Er hat es versucht, dadurch, dass wir auch diese Indie-Regisseurin drin haben. Aber man muss sich klar machen, wir reden hier immer noch über eine, keine Ahnung, 200 Millionen Dollar teure Produktion im Hollywood-Stil, in einem Studio, das von einem noch größeren Studio mit gleichen Produkten immer wieder rausgehauen wird. Und da ist es fast unmöglich, so wie ich auch viele, viele Regisseure und Filmemacher in den letzten Jahren gehört habe, überhaupt da auszubrechen und was anderes als einen Studio-Film zu machen. Der Wille ist da, aber die Ausführung am Ende leider nicht so dermaßen. Und deshalb kriegen wir ja ganz oft diesen Einheitsbrei, der dann viele anspricht. Aber hier ist es einfach so, die Ansätze sind da, aber die Ausführung ist halt was ganz anderes. Und dadurch, dass er versucht, dieses dramatische Epos zu sein und gleichzeitig ein Marvel-Film ist, hat es dem Ganzen nicht gut getan. Und kam dieses konfuse Konstrukt raus, was teilweise spannend, oft langweilig und viel schleppend Inhalt drin hatte. Und das tut mir leid für diesen Film, weil ich möchte ihn besser finden. Und ich sehe das Potenzial dahinter. Zum Beispiel Thor The Dark World oder Hulk habe ich das Potenzial nicht gesehen. Die haben es, also die Comic-Leute haben es vielleicht gesehen, weil in einem Hulk-Film theoretisch was Interessantes drin sein kann. Und Thor The Dark World war einfach auch, es war langweilig und uninteressant am Ende. Es hat nicht wirklich Sinn gemacht. Deshalb sind die für mich immer noch die unterste Liga von den Marvel-Filmen. Der ist leider nicht viel höher. Er versucht es und dadurch kriegt er Sternchen für die Bemühung, für gutes Bemühen. Gibt es denn ausreichend so ungefähr, aber mehr dann am Ende nicht. Der Chat schreibt, Stefan, anders war, dass der oft sehr pfiffige Humor der MCU-Filme komplett fehlte. Ja, der Film hat sich auch unglaublich ernst genommen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der Film hat sich so ganz schrecklich ernst genommen. Das heißt, das Augenzwinkernde, dass wir machen hier einen ganz großen Kindergeburtstag, Freunde, und am Ende des Tages ist es eine quietschbunte Comic-Verfilmung. Das fehlte hier völlig. Deswegen kamen auch so diese The-Boys-Vibes für mich irgendwie rüber. Und ich möchte nicht eben DC-Vibes sagen, sondern The-Boys. Das war meine erste Assoziation. Weil The-Boys nimmt sich schon ernst. The-Boys ist mit viel Sarkasmus und Zynismus, aber das übertreibt es natürlich im Gore. Aber deshalb wieder DC. Die Charakter nimmt sich ernst. Weil DC sich im Snyder-Universum so ernst genommen hat und keine andere Sichtweise zugelassen hat. Deshalb war für mich Eternals auch ähnlich, weil sie sich so wieder ernst genommen haben, weil sie sich so distanziert haben und weil sie das Ding durchgezogen haben, was am Ende leider dann nicht gut funktioniert hat. Ja. Finn schreibt, tatsächlich nur die bereits erwähnte Kameraarbeit leider viel zu überladen. Und der Michael H. schreibt, anders war der Film leider nicht wirklich. Aber es ist im Endeffekt immer noch Marvel. Aber es wurde mal etwas ernster und atmosphärischer versucht zu sein. Aber es war am Ende eben doch nur ein Marvel-Film. Genau, am Ende des Tages war es Just Another Marvel Movie. Und davon einer der schlechteren. Wie gesagt, ich hasse diesen Film nicht. Ich finde ihn einfach nur belanglos und ich werde ihn so schnell... Das ist kein Film, den ich mehr reinlege, um zu gucken. Warum? Da habe ich keinerlei noch mal Guckwert. Außer ich brauche ihn noch mal, um noch mal einen Inhalt nicht... Oder ich mache mal einen Marathon oder sonst irgendwas. Ansonsten werde ich den ganz sicher nicht noch mal irgendwie schauen. Und ja, zehn Superhelden, schreibt der Stefan noch, neu kennenzulernen, war auch etwas zu viel. Das hatten wir ja gerade eben schon gesagt. Wenn ihr aber was Neues und was Frisches sehen wollt, kann ich an der Stelle sagen, geht in Dune. Supported Dune. Er hat es ja anscheinend... Die Situation ist bestätigt. Genau, er hat es ja schon geschafft. Aber trotzdem, der Film hat es verdient. Das ist mal wirklich ein anderer Ansatz. Auch jetzt nicht hundertprozentig mein Fall, aber definitiv eine bessere Geschichte. Und das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Was sich auch lohnt anzuschauen, ist bitte ab nächster Woche Ghostbusters. Wir werden am 23.11. in einem großen Livestream über Ghostbusters im Allgemeinen und Ghostbusters Legacy, aka Afterlife, das ist auch wieder so ein Ding, drüber reden. Da wird dann auch wieder der Sven zu Gast sein, der riesen Ghostbusters Fan ist. Der hat auch ein paar tolle Dinge wieder, die er uns da zeigen kann. Und das wird wirklich eine richtig, richtig klasse Sache. 23.11., also der nächste jetzt geplante Livestream. Vielleicht machen wir vorher noch irgendwas, aber das auf jeden Fall erst mal das, was geplant wird. Und Freunde, geht also in Ghostbusters und guckt euch Dune an. Ja, Michael, dann bleibt eigentlich mir nur noch zu sagen, war wieder eine schöne Runde mit dir. Wir haben übrigens definitiv noch einen anderen Plan vor. Ach, haben wir noch was? Ach so, ja, aber das ist erst danach. Ist erst danach, okay. Ja. Discovery startet, ja. Genau, ich kann euch eben kurz mal sagen, wann es auch hier mit Discovery weitergeht. Wartet mal eben schnell, das habe ich nämlich auch schon am besten. Ihr geht auf unseren YouTube-Channel und abonniert den, dann kriegt ihr auch immer die Glocke aktivieren. Das ist ja ganz, ganz wichtig, muss man immer sagen, Glocke aktivieren, sonst bist du kein richtiger YouTuber. Da haben wir also am 23.11. Ghostbusters, am 25.11. die ersten zwei Folgen Hawkeye und am 30.11. geht es mit Discovery weiter. Dann sind die ersten zwei Folgen Discovery nämlich schon gelaufen. Dann haben sich alle drüber aufgeregt und dann kommen wir. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch zu unseren nächsten Hero-Nerds wieder die Leia dabei zu bekommen. Ich bin sehr guter Dinge, dass sie bei Hawkeye dann wieder dabei ist, ja, denn wir wollen ja definitiv und sie hätte jetzt auch Eternals gemocht. Sie hat geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe, ich mochte Eternals und ich meine, ich hatte es mir schon gedacht, aber ich hätte sie wirklich heute jetzt gern dabei gehabt. Ich mag die an, es soll ja hier nicht nur ein Bro-Talk sein und es soll nicht nur unsere Meinung sein, sondern wir sind immer gerne auch offen für andere Meinungen. Wir haben versucht, das heute ein bisschen abzudecken, indem wir aufs ein oder andere eingegangen sind und wir haben nicht über den Elefanten im Raum gesprochen, weil man darüber auch nicht reden muss, weil es einfach unnötig war. Dafür haben wir doch extra unsere Frauenquote bei Neurizismus. Wir haben mehr Frauen als Männer bei uns, wollen wir doch mal betonen. Die Männer machen nur alles. Genau, außer Wäsche und Geschirr. So, also in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, lasst doch mal ein Abo auf unseren Kanälen da, entweder bei Spotify oder bei YouTube oder Twitch. Ihr könnt es natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl hören. Ihr könnt bei Podcast Addict, wie vorhin auch getan, eine Bewertung uns reinschreiben. Da freuen wir uns natürlich. Bei iTunes freuen wir uns auch immer. Am 23. geht weiter. Dann mit Ghostbusters. Schreibt eine E-Mail an info-at-nerdizismus.de oder schreibt uns eine WhatsApp an die 01525-964-7709. 01525-964-7709. Michael, it is ne Sprachnachricht für die Star. Aber die ist für Star Trek, die hörst du jetzt, die spiele ich dir heute jetzt noch nicht vor. Und trotzdem noch der Aufruf, wenn ihr dann die ersten zwei Folgen gesehen habt zu Star Trek Discovery, dürft ihr uns natürlich gerne schon vorab für die ersten zwei Folgen was einreichen. Das wird natürlich dann richtig schön. Wir haben noch ein bisschen Feedback zu Lower Decks und so, das werden wir da auch mit verwurschen. Uns geht das so schnell nicht aus und es freut mich auch, liebe Hörer und Zuschauer, dass ihr auch so ein bisschen aus der Sommerpause auch wieder endgültig zurück seid im November, weil jetzt so langsam ist das Postfach wieder voll. Es war im Sommer doch sehr, sehr, sehr ruhig. So, genug der Rede, es ist spät geworden. Ich habe auch heute Morgen schon zwei Workshops gehabt, habe genug gesabbelt und vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit und in diesem Sinne macht es Jort und bis spätestens zum 23. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.